So, liebe Leute, herzlich willkommen. Ich sehe gerade, ich blockiere mein Bild. Nein. Hallo und herzlich willkommen hier zum Let's Talk History Games Format. In dem Podcast-Format, das heute das erste Mal live geht. Zusammen bin ich heute unterwegs mit Jan, Let's Play History, den kennt ihr sicherlich schon. Und heute ganz neu dabei ist der Strategienerd. Hallo. Hallo, der Marcel. Ja, liebe Leute. Wir haben mal gedacht, es wäre wieder an der Zeit, dieses Podcast-Format wieder zu beleben, nach einer doch etwas längeren Pause. Und wir werden heute thematisch einmal direkt anknüpfen an die letzte Ausgabe. Vielleicht erinnern sich noch einige oder ehemalige Zuschauer des Podcasts an unsere erste Ausgabe zu Innovationen in Strategiespielen. Damals haben Jan und ich gesprochen, insbesondere über Field of Glory Empires und seine Kultur- bzw. Dekadenzsystematik oder Mechanik, die wir ganz interessant fanden. Und dann haben wir das Thema ein bisschen geöffnet und uns gewünscht, dass es, ja, letztlich, wenn ich das zusammenfasse, weniger Powergaming geben könnte in mehr Spielen und mehr Einschränkungen der Spielerallmacht sozusagen. Ja, und heute werden wir daran anknüpfen in einer zweiten Ausgabe in dieser illustren Dreierrunde. Und wir haben uns überlegt im Vorgespräch, dass wir uns heute mal grundsätzlich in Strategie- und Kriegsstrategiespielen die Frage von Versorgung, von Armeen, von Einheiten anschauen werden und insgesamt das Thema Logistik und wie das in Strategiespielen dargestellt wird und werden dann auch versuchen, das Thema allmählich dann weiter zu öffnen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Beispiel an. Ich glaube, wir sind alle drei irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass das Spiel Unity of Command 2 das mit der Versorgung unter anderem, nicht nur das, aber unter anderem das, ziemlich gut hinbekommt. Vielleicht starten wir mal bei Jan direkt. Was meinst du denn, inwiefern macht Unity of Command 2 da möglicherweise etwas richtig? Na ja, erstmal ist das System ja ganz interessant, dass es so wichtig ist für das Spiel, so zentral auch dargestellt ist, auch optischer, visuell darstellbar ist, was wir in anderen Strategiespielen nicht unbedingt finden, selbst in rundenbasierten wie Unity of Command 2 nicht. Und um das vielleicht kurz zu erläutern für Menschen, die das Spiel nicht gespielt haben, also es gibt gewissermaßen Eintrittspunkte von Off-Map, also außerhalb der Szenarienkarten, kommt über Bahntrassenversorgung in das Gebiet und wird erstmal nur entlang dieser Bahntrassen sozusagen weitergeleitet. Und ich glaube, zum verringerten Teil auch über Straßen, da bin ich jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber zentral sind halt diese Bahntrassen und um dann aber diesen Nachschub zu den Einheiten weiterleiten zu können, braucht man die Hauptquartiere, die so wichtig sind in diesem Spiel, die auch den Einheiten bestimmte Fähigkeiten verleihen, Sonderaktionen sozusagen, besondere Angriffsformen und so weiter. Aber sobald sich Einheiten außerhalb der Kommandoreichweite befinden, haben sie schon mal Abzüge und dann gibt es zusätzlich dazu, unabhängig von den Hauptquartieren, nochmal sogenannte, ich weiß gar nicht, wie sie im Spiel genau heißen, Knotenpunkte oder Verteilungspunkte oder so weiter, da setzt man Lkw-Punkte ein auf den Bahntrassen oder in der Nähe, sie können auch auf Straßen zum Teil, das hängt glaube ich von der Art, vom Ausbau der Straße ab, eingesetzt werden. Und abhängig davon, wie viele dieser Lkw-Punkte man einsetzt, erhöht man dann die Reichweite, das ist dann auch wiederum abhängig von den Geländeformen, durch die das fließt und so weiter, aber die Reichweite der Versorgung, die dann Einheiten erreichen kann. Das heißt dann immer noch nicht, dass sie bei den Einheiten auch wirklich ankommen muss, also auch eine Einheit, die irgendwie ein Hexfeld neben der Bahntrasse zum Beispiel steht, kann mal eine Runde lang nicht versorgt werden oder so, aber das ist die grundlegende Mechanik. Ja, super. Dann haben wir jetzt ja schon mal einen guten Überblick, wie diese Versorgung in Unity of Command 2 grundsätzlich funktioniert. Ich kann mich dem nur anschließen, also ich finde das auch sehr spannend gemacht, auch in der Differenziertheit, wie das aufgebaut ist, zunächst mit den Bahntrassen, so als Hauptversorgungsader quasi. Es ist ja, wenn ich mich jetzt recht entsinne, auch so, dass diese Hauptversorgungsadern auch wirklich kritisch sind für einzelne Szenarien auf den Karten. Also wenn man es quasi schafft, die gegnerische Hauptversorgungsader zu unterbrechen, dann sind die feindlichen Einheiten in der Folgerunde dann schon ohne Versorgung und haben dann erhebliche Kampfmali und sind unterversorgt. Also das hat wirklich ganz kritische Auswirkungen. Das habe ich auch schon schmerzlich erfahren, wo ich angefangen habe mit dem Spiel auf den ersten Karten und dann direkt irgendeine Feindeinheit bei mir da eine Hauptversorgung zerschnitten hat quasi. Ja, und dann wurde es auf einmal ganz kompliziert und ganz schwierig und das fand ich ja auch aus der historischen Perspektive so beeindruckend, weil ja beim Zweiten Weltkrieg und auch beim Ersten Weltkrieg ja eigentlich die Frage von Logistik und Versorgung eigentlich ja eindeutig eine zentrale Rolle spielt. Also man denke jetzt nur irgendwie an diese ganze Ostfront-Thematik im ersten Kriegsjahr, wo man dann riesige Gebietsgewinne vollzieht und es geht eigentlich für die Wehrmacht, soweit ich das nachvollziehen konnte, bisher ging es immer darum, den nächsten strategischen Versorgungspunkt zu erobern, von dem aus man dann die nächsten Offensivbemühungen folgen lassen kann mit einer gewissen Zeitlichen Verzögerung natürlich. Erstmal die Kräfte wieder ein bisschen sammeln und wieder fokussieren und vorbereiten. Also so eine Stadt wie Smolensk zum Beispiel einzunehmen, war da ganz zentral auf dem Weg, um dann irgendwann diesen, ja, diesen gedachten finalen Push nach Moskau vornehmen zu können, weil da natürlich auch viele Bahnlinien und auch viele Straßen einfach zusammenführen und man eben in der Sowjetunion beispielsweise nicht viele von diesen Straßen eben hat und hauptsächlich wirklich Bahnlinien hat, also was da quasi nicht durchkommt oder wenn es zum Beispiel auch auf einzelnen Strecken zu Unfällen oder gar Partisanentätigkeiten kommt, dass da Gleise gesprengt werden etc., dann bedeutet das auch gleich ein großes Malheur für die Versorgung an der Front in der Folge. Und das finde ich, das wird hier schon ganz gut, ganz gut abgebildet in dem System. Wie sieht's denn bei dir aus, Marcel? Hast du auch intensiv schon Unity of Command 2 gespielt oder? Ja, ich hab's tatsächlich auch schon ziemlich intensiv gespielt. Ich spiel das, hab das auch schon bevor ich mit YouTube angefangen hab, gespielt. Und ich find das Spiel tatsächlich auch, was die Versorgung angeht, sehr interessant. Aber auch, weil's einer der wenigen Spiele ist in dem Bereich, die dort Wert drauflegen. Ähm, wenn ich mir das Konkurrenzprodukt angucke, so in Richtung Panzer, Panzerkorps 2, das legt ja jetzt, finde ich, nicht so viel Wert drauf. Da hast du als Versorgung eigentlich nur, wenn du die Einheit einkreist, kommt halt keine Versorgung mehr und dann kannst du da irgendwas machen. Ich glaube, es gibt einen Kampfmalus. Ich find's ein bisschen schade, weil das für mich persönlich ja auch eins der Hauptpunkte ist. Ja, übrigens vielleicht auch mal zu mir. Ich bin ja auch relativ neu noch dabei bei dem ganzen YouTube-Thema. Und ich hab keinen History-Schwerpunkt. Ich hab mit History tatsächlich, bis auf die Tatsache, dass meine Frau das studiert hat, nix am Hut. Sondern ich komm komplett aus der Technikrichtung. Also, ich arbeite momentan mit an Betriebssystemen als zum Teil auch Entwickler. Und das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Das heißt, ich komm tatsächlich aus der kompletten technischen Richtung und guck mir das von unten nach oben an. Also quasi genau die andere Richtung für die beiden Kollegen. Ich find's daher sehr schade, dass man sich bei Panzerkorps gerade dazu entschieden hat, vor allen Dingen, weil es ja auch Straßen gibt und alles, eigentlich mehr oder weniger gar nichts dazu zu machen, außer, dass die Einheiten wirklich eingekreist werden. Deswegen finde ich tatsächlich Unity of Commands da an der Stelle ein bisschen besser. Aber wie ihr schon sagtet, ich meine, es ist halt durchaus realistisch im Zweiten Weltkrieg. Also du musstest die Einheiten ja nicht einfach nur einkreisen, damit sie keine Versorgung hatte. Es reichte ja auch schon, den Zug aufzuhalten, der dann dort kam. Es gibt ja auch die Geschichten, dass sie alleine schon deswegen Probleme hatten, weil die Spurweiten in Russland anders waren und die Züge dann umgeladen werden mussten zwischen Deutschland und Russland und man deswegen alleine schon Probleme bekam, die Versorgung der Truppen sicherzustellen an der Front. Genau. Ich finde das ein Thema, was leider Gottes bei Panzerkorps gar nicht rüberkommt. Ich habe jetzt hier im Hintergrund mal einen Screenshot aufgemacht vom Panzerkorps 2. Da sieht man hier Baku. Das ist ja auch, glaube ich, historisch nie erobert worden, wenn mich das nicht täuscht oder nur ganz kurz oder sie standen kurz davor oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, historisch. Baku, das liegt ja am Kaspischen Meer und das ist, glaube ich, ein großes Öldepot, wenn mich nicht alles täuscht gewesen in der Sowjetunion und war deswegen strategisch von großer Bedeutung auch für die Achsenmächte, um sozusagen einerseits die Sowjetunion davon abzuschneiden und gleichzeitig die eigenen Reserven aufzustocken für diese großen Panzerarmeen, Luftflotten etc. Wir sehen also hier gerade genau das, was du eben beschrieben hast, nämlich, dass hier dieser rote angedeutete Teilkreis, dass hier Einheiten der Sowjetseite von den Deutschen mehr oder weniger schon fast komplett eingekesselt sind. Das ist dann hier mit dieser roten Grenze auch nochmal grafisch verdeutlicht worden. Die Deutschen sind aber, glaube ich, auch schon wieder hier eingekesselt worden, also quasi so eine doppelte Kesselgeschichte, die ganz unangenehm ist. Und wie du schon richtig sagst, das hat tatsächlich hauptsächlich Auswirkungen eben auf die Kampfstärke und eben nur dann, wenn wirklich Einheiten umzingelt werden, deutet wahrscheinlich ein bisschen auf die Bedeutung von diesen sogenannten Kesselschlachten hin, die ja gerade zu Beginn des Russland-Feldzuges da in ganz großer Tragweite geschlagen worden sind, mit teilweise pro Kesselschlacht über, weiß ich nicht, drei, vier, fünfhunderttausend Gefangenen etc. Also riesige Einkesselungen, die da vorgenommen worden sind. Aber es ist schon erstaunlich, wenn wir uns anschauen, wir haben ja ein bisschen auch nach Beispielen gesucht im Vorhinein und haben jetzt auch ein paar Spiele gefunden. Aber es ist tatsächlich schwierig, überhaupt Spiele zu finden, wo oder in denen Versorgung überhaupt eine Rolle spielt und dann auch einigermaßen substanziell eine Rolle spielt. Ich denke, da hat gerade Panzerkorps gezeigt, dass das doch eher ein Bereich am Rand sein soll. Und das hat, finde ich, auch merkwürdige Implikationen auf die dargestellten Kampfmechanismen, wie das so funktioniert, wie die Kämpfe aufgelöst werden, weil es eigentlich mehr auf einen Vergleich zwischen den Kampfstärken von Einheiten hinausläuft, ganz zentral und weniger eben auf die Frage, wie gut ist die Versorgung zum Beispiel mit Treibstoff oder mit Munition bei den Soldaten, mit Nahrungsverfügbarkeit oder Uniformteilen. Man denke da an den Winter 41 mit den Sommeruniformen in der Eiseskälte in Russland oder so. Das ist natürlich dann alles leider nicht damit drin. Und das ist auch, finde ich, ganz schön, dass das Unity of Command 2, auch der zweite Teil, dass das wirklich sehr, schon sehr differenziert irgendwie versucht wird zu lösen. Ja, man muss ja auch sagen, dass die KI irgendwie sehr darauf aus ist, wenn sich Möglichkeiten ergeben, die Versorgungswege des Spielers so schnell wie möglich abzuschneiden. Also in mancher Hinsicht vielleicht sogar etwas zu aggressiv, finde ich. Aber also spielerisch von der Spielmechanik her auf jeden Fall sehr herausfordernd und spannend zu beobachten. Auf jeden Fall. Ja, genau. Man sieht das ja auch in vielen anderen Spielen, dass die Sachen hochgeratet werden. Ich habe immer das Gefühl, es gibt eigentlich nur zwei Sachen. Entweder ist eine Versorgung sehr gut integriert ins Spiel oder sie ist irgendwie nur so nebenbei irgendwie mit da. Aber gar nicht so wirklich präsent wie bei diesen beiden Beispielen. Ich finde, die beiden Beispiele sind sehr gut, weil es entweder ist es wie im Panzer Chord 2 einfach nur irgendwie so ein bisschen da oder halt wirklich sehr intensiv mit integriert als Hauptspielmechanik, wie zum Beispiel ja bei Unity of Commands. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, wo Versorgung eine Rolle spielt. Ich versuche auch da mal gerade wieder einen Screenshot herbeizuführen. So ist jetzt zwar nicht mein eigener, aber das macht ja nichts. Strategic Command World War I fand ich in der Hinsicht zum Beispiel auch ziemlich beeindruckend. Das Ganze ist natürlich sehr, also das ganze Supply oder Versorgungssystem ist natürlich sehr abstrakt. Aber ich finde, das passt ganz gut zu der Perspektive, die der Spieler oder die Spielenden einnehmen. Nämlich, dass man quasi eine Art Überfeldherr ist, der die Geschicke gleich von mehreren Ländern sogar gleichzeitig arrangiert. Und der sich dann auch darum kümmert, dass die Versorgung, die quasi in bestimmten Städten mit bestimmter Größe und die Größe hat dann Auswirkungen auf die Güte der Versorgung, quasi den Supply hin und her schickt zwischen diesen Orten, die auch mit Städten und Eisenbahnen verbunden sind. Das ist natürlich dann förderlich für den Supply, für die Versorgung. Und während man Gebiete hat, wo keine Straßen verlaufen, man denke da jetzt hier zum Beispiel an die Alpengebiete, an andere Gebirgsketten, Kaukasus ist ein klassisches Beispiel, das fällt mir sofort ein zu Strategic Command World War I, wo im Prinzip dann effektiv durch die schwache Versorgung, weil dort eben das Straßennetz kaum vorhanden ist, weil dort Gebirgszüge sind, ist die Versorgung so stark eingeschränkt. Und selbst wenn man mit den Hauptquartieren arbeitet, die das so ein bisschen effektiver machen, den Versorgungsdurchsatz sozusagen, sieht man dann trotzdem, dass die Versorgung in solchen Gebieten extrem schwer ist. Und auch in Russland wieder im Ersten Weltkrieg sieht man auch diese riesen Distanzen mit einzelnen Strecken, Straßen oder Eisenbahnen, dass das dazu führt, dass man halt die Truppen wirklich nur dort entlangführen kann und gar nicht links und rechts großartig sich aufstellen kann, weil sofort schwacher Versorgungsgrad herrscht. Das wird dann in Zahlen angegeben und das nimmt halt ab je nach Distanz zu der nächsten größeren Stadt. Und wie gesagt, mit Hauptquartieren kann man das ein bisschen effizienter organisieren noch, aber das fand ich schon ganz treffend irgendwie dargestellt, weil man gesehen hat, wo da bestimmte Gebiete, die wirklich infrastrukturell nicht gut ausgebaut waren in der Zeit, doch eigentlich schwierige Kampfgebiete sind, weil man kaum in die Offensive gehen kann auf beiden Seiten, sondern sich eigentlich nur verschanzt untereinander anguckt und abwartet. So wie das zum Beispiel in den Alpen ja auch größtenteils war. Es gab zwar immer wieder Offensivversuche der Italiener und auch der Österreicher, aber die Gebietsgewinne waren extrem marginal und temporär. Und das hat auch ganz viel mit Versorgung auf jeden Fall auch mit zu tun. Ja, der Bergwerkswerk schreibt es auch gerade im Chat, dass bei einem Hexfeldspiel das eigentlich relativ simpel sein müsste, solche Nachschubmechaniken zu implementieren, weil man sozusagen jedem Feld einen Durchlaufmodifikatoren zuweisen kann und der dann sozusagen auf der Basis berechnet wird, abhängig vom Gelände oder ist da eine Schiene oder eine Straße oder was auch immer, wie viel Nachschub da noch ankommt. So funktioniert es ja tatsächlich in Strategic Command auch. Und zusätzlich, das ist dann vielleicht nochmal der Unterschied zu Unity of Command 2, wenn die beiden natürlich auf einer ganz anderen Ebene irgendwie operieren, dass eroberte Gebiete, also weil ja diese Versorgung über die Städte als Knotenpunkte funktioniert und auch als Nachschubquellen sozusagen, dass eroberte Gebiete, also eroberte Städte, dem Eroberer deutlich weniger Nachschub bringen und es auch eine Weile dauert, bis sie überhaupt irgendwie Nachschub bringen. Und das bremst natürlich sozusagen den unbändigen Vorstoß relativ schnell ab. Ich kann das aus meinem eigenen Play-by-E-Mail-Duell gegen den Ranger sagen. Der steht mit seinen Wehrmacht-Truppen halt kurz vor Moskau und das ist auch relativ bedrohlich, weil er ja immer noch ziemlich viele Panzerverbände und so weiter hat, aber die sind halt alle sehr, sehr schlecht versorgt. Die haben höchstens so zwei, drei Versorgungspunkte noch, was sie relativ ineffektiv macht. Und das sind doch interessante Ansätze. Und genau, relativ leicht umsetzbar eigentlich. Aber wenn man da auch wieder sagen muss, leicht umsetzbar ist halt immer wieder relativ, weil es natürlich auch zum Teil mit an der Technik liegt. Also es muss ja nicht nur im Prinzip das Supply an sich mit eingebaut werden, sondern die KI muss ja in jeder Situation auch mit dem Supply agieren. Das heißt, du hast ja normalerweise bei der KI so Ereignisbäume, die dann irgendwas machen und die dann verzweigen in neue Sachen. Und du müsstest dann bei jedem Zweig im Prinzip einen weiteren einbauen für Supply und das wird dann sehr schnell sehr kompliziert. Sieht man zum Beispiel sehr gut bei Strategic Command, dass die die Flugzeuge einfach als ganz normale Einheiten betrachten und alle Einheiten potenziell eigentlich die gleichen Kampfmodifikatoren haben, bloß beim einen Modifikator halt 10 steht und bei dem anderen 0 und bei der anderen Einheit bei Flugzeugangriff 10 und bei dem anderen 0. Am Ende des Tages ist es alles irgendwie die gleiche Einheit auf dem gleichen Feld. Deswegen ist da die KI auch so gut, weil die halt nicht so viel und so große Ereignisbäume hat und weil die Ereignisbäume, die es gibt, sehr gut abgestimmt werden können. Und wenn ich mir das vorstelle, bei Panzer Corps, die ja unheimlich viele Mechaniken haben, dass du Einheiten teilen kannst, Einheiten umzingeln kannst, hier noch eine Einheit abschneiden kannst und da eventuell, das ist der Wahnsinn, was es da alles gibt. Also ich habe mir das Tutorial mal angeguckt und bin selbst da noch nicht ganz durchgestiegen und habe noch nicht alles durch. Und wenn ich mir da vorstelle, dass die KI dann auch noch zusätzlich in jeder Situation auf Versorgung achten müsste, dann ist das schon ziemlich kompliziert. Also ich kann mir vorstellen, dass die Panzer Corps-KI dann doch sehr schnell sehr schlecht werden könnte. Wenn sie da in jeder Situation das noch machen muss. Ich glaube, ein für mich persönlich immer negativ Beispiel ist Civilization VI bei der Einheiten-KI. Da sieht man ja regelmäßig, dass die nicht so agieren, wie sie agieren sollte. Was jetzt weniger an der Versorgung liegt, sondern an den Einheiten an sich. Weil ich mir vorstelle, dass da noch Versorgung und noch viel, viel mehr da hinzukommt. Boah, also ... Das ist auf jeden Fall ... Macht es natürlich das Spiel eine ganze Ecke komplexer. Das kann ich gut nachvollziehen. Gerade für die KI, die das dann irgendwie mit einbeziehen muss. Ich finde auch übrigens, wenn wir schon wieder von ... Wenn wir auf Panzer Corps jetzt zurückkehren, ganz kurz, Wie du das schon sagst, also sie haben jetzt jede Menge neue, so feinere Mechaniken da drin, sage ich jetzt mal. So diese Einkesselungsmechanik, wie du schon sagtest, dass da bestimmte ... Also da sind viele, ich kann sie jetzt auch nicht mehr aufzählen. Bei mir ist das auch lange her, wo ich das angefangen hatte zu spielen, aber auch relativ früh wieder weggelegt hatte. Auch im Tutorial, da war viel drin. Vielleicht ein bisschen überladen. Ich weiß es nicht. So aus dem Gefühl, aus dem Bauch heraus, würde ich sagen. Dass das ein bisschen too much war. Ich fand die große Stärke, also ich habe Panzer Corps 1 zum Beispiel sehr gemocht. Auch aufgrund seiner einfachen Präsentation. Und weil die Mechaniken so dieses typische leicht zu lernen, aber hart zu meistern waren. Also du hattest eine große Tiefe und konntest wirklich auch in kleinere Zusammenhänge oder in feinere Zusammenhänge eintauchen. Aber die Grundmechaniken waren sehr einfach strukturiert und sehr übersichtlich. Und es war halt wirklich Einheit gegen Einheit. Und die eine Einheit ist gut gegen das und die ist gut gegen das. Und dann kann man die Flugzeuge noch so und so und so einsetzen. Das war relativ übersichtlich. Und ich hatte das Gefühl bei Panzer Corps 2, dass das noch weiter ausfächert und dann aber auch irgendwie viel schwerer in der ganzen Übersicht ist. Das war so auch mein Eindruck irgendwie, weswegen ich gedacht hatte, schade, da hätte ich mir irgendwie was anderes gewünscht. Wahrscheinlich auch grafisch. Ich bin auch kein Freund von dieser 3D-Grafik, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das kommt jetzt bei mir persönlich noch dazu, dass ich da immer denke, oh, schade. Ich hätte halt lieber gerne, kann ich an der Stelle auch verraten, ich hätte halt lieber eine schöne 2D-Grafik mit vernünftigen Animationen lieber, als eine klobigere 3D-Grafik. Die sieht zwar jetzt auch nicht ganz schlecht aus, aber so gerade die Animationen, die finde ich dann eher ein bisschen stumpf irgendwie. Deswegen, das kommt jetzt bei mir noch oben drauf, aber das hat jetzt auch nichts mit der Versorgung dann wieder zu tun. Also ich persönlich finde die Grafik zwar schick, aber es zieht halt schon auch an den Rechenreserven. Also ich merke das an meinem Rechner, dass der auch schon nur wegen der Grafik halt gut anfängt, Wärme zu produzieren und da eigentlich noch nichts hinter steht. Und das für so ein rundenbasiertes Spiel, ah, weiß nicht. Also ich finde es auch grenzwertig. Okay, ich meine, ich persönlich finde die Grafik zwar schön, aber am Ende des Tages bringt es nichts, wenn ich noch nicht mal die Einkesselungsspielmechaniken, super verstanden habe, dass der Panzer exakt so aussieht wie im Zweiten Weltkrieg. Wenn ich den Panzer nicht bedienen kann. Weil er halt so unglaublich viele Mechaniken hat, die man eigentlich gar nicht überblicken kann, selbst mit Tutorial. Da sind wir ja wieder beim Aspekt, da kann bestimmt Jan auch was zu sagen, zum Thema historische Korrektheit, Akkurates und dann dem Vergleich zu der Tatsache, oder naja, was heißt Tatsache, aber zu dem Thema heute, dass wir gesagt haben, Versorgung spielt entweder kaum eine Rolle oder gar keine, oder wenn sie eine Rolle spielt, dann in wenigen Spielen eigentlich nur substanziell, was ja eigentlich für diesen Krieg, den Zweiten Weltkrieg, den wir jetzt ja hier im Fokus haben, so wichtig sein müsste, aber in den Spielen dann weniger wichtig ist. Und gleichzeitig ist irgendwie diese Genauigkeitsansprüche, dass da alles genau so aussehen muss, das finde ich immer wieder faszinierend, und wie sich das so durch die Jahrzehnte durchträgt, auch visuell in den Spielen. Ja, das ist natürlich ein großes Paradox, aber ich sag mal, da geht es eher sozusagen darum, das Bedürfnis nach historischer Wiedererkennbarkeit sozusagen zu bedienen und ja gewissermaßen den populär-kulturellen, sag ich mal, Technik-Fetischismus, der halt mit dem Zweiten Weltkrieg jetzt als Beispiel inhärent verbunden ist, zu bedienen, anstatt sozusagen ein eher akkurates, wenn es denn versorgungskomplexe Versorgungsmechaniken umfassen würde, Spiel zu entwickeln, das dann eben aber weniger Spielspaß womöglich bringt, weil man halt nicht einfach immer nur angreifen kann, nicht immer einfach nur die Panzer nach vorne werfen kann, sondern irgendwie lange drüber nachdenken muss, was ist der nächste Zug und welche Versorgungspunkte muss ich mir jetzt irgendwie sichern, um überhaupt weiter vorwärts zu kommen und solche Sachen. Das ist ja ein sehr interessanter und sehr großes Thema, mit dem wir uns ja auch unablässig irgendwie beschäftigen. Ja, es kommt immer wieder. Wie hast du es genannt bei deinem Artikel, der Zombie-Elefant, der dann da aus der mittelalterlichen Handschrift oder was es war, dann da immer wieder als Bild auftauchen kann. Ja, wo mir das gerade einfällt, ich springe jetzt gerade ein bisschen hin und her, aber zu dem Thema Versorgung, weil ich es gerade auch im Chat nochmal lese, Bergwerkzwerg schreibt, vor allem bei einem Spiel, was jetzt auch an der Ostfront spielt, da ist es natürlich auch so eine Geschichte mit dieser ganzen Versorgungslage. Marcel, du hast das vorhin auch schon angesprochen, die spurweiten Problematik, die ja, glaube ich, historisch jetzt auch nicht, also die ist schon aufwendig zu lösen gewesen, aber jetzt auch kein Hexenwerk oder so, da muss man halt entsprechend umstellen, das ist Aufwand, ja, das haben sie, glaube ich, relativ zügig sogar hinbekommen. Das Problem, glaube ich, was ich jetzt historisch gelesen hatte, war, dass die Wehrmacht im Winter Probleme bekommen hat, weil die, ja, die sowjetische Seite verständlicherweise in ihren Rückzugsbewegungen unter anderem auch große Depothallen und Depots einfach entweder niedergebrannt oder in die Luft gesprengt hat, sodass also Eisenbahnloks nicht mehr in diese Depots im Winter eingelagert werden konnten zwischen ihren Fahrten und das sind ja nur noch die ganz alten Loks, die mit Wasserdampf funktionieren und jetzt hatten die deutschen Züge, was ich auch noch gelesen hatte, nun mal den extremen Nachteil, dass sie nicht für die russische Steppe gebaut waren, also die hatten quasi ihre Wasserstäbe quasi außen an den Loks dran, das heißt also, wenn ich die Lok irgendwo abstelle, dann dauert es keine Stunde und alles ist eingefroren und ich kriege das erstmal überhaupt nicht wieder gestartet und das hat teilweise im Winter 1941, 1942 zu extremen Logistikproblemen geführt, einerseits, weil man keine Möglichkeit hat, und die ganze Zeit entweder die Lok laufen lassen musste oder kompliziert mit irgendwelchen Wärmeaktionen versucht hat, die wieder frei zu enteisen und dann eben die von mir angesprochene Geschichte mit den Gleisen, die teilweise wirklich nur einspurig waren und wenn dann eben mal ein Zug entleist, stecken bleibt oder irgendwie die Luft gesprengt wird, dann ist sofort die ganze Versorgung im vorderen Raum quasi sofort gefährdet und das führt wieder zu weiteren Folgeproblemen. Also das ist gerade, wenn wir da von der von der Ostfront sprechen, eigentlich ist das ein Krieg, der unter anderem auch mit solchen Versorgungsfragen letztlich entschieden wird. Das ist auf jeden Fall klar. Ja, War in the East. Ja, das ist auch so ein Spiel, das ist natürlich nochmal eine ganze Spur komplexer als zum Beispiel Panzer Corps oder was hatten wir jetzt? Unity of Command 2 oder oder auch Strategic Command, das ist ja nun auch schon ein sehr komplexes Spiel, aber ich glaube, War in the East, da traue selbst ich mich nicht dran. Ich weiß nicht, hat das einer von euch mal gespielt? Nee, bisher nicht. Ich weiß, dass der Basti vom B-Seiten Gaming, der momentan immer noch Auszeit nimmt, der hat das angefangen zu spielen in so einem groß angelegten Projekt und ich glaube, da kann man wirklich hunderte und tausende Stunden drin reinstecken, bevor man da alle Ins und Outs gelernt hat. Ja, ich habe angefangen, mich da reinzuhalten, aber das ist ja schon ziemlich kompliziert. So muss man ja ehrlich mal sagen. Ja, also da kontrollierst du wirklich, ich will nicht sagen jede Einheit, aber fast schon jeden Soldaten, jedes Fahrzeug und das an der gesamten Frontbreite, wenn du möchtest. Das ist echt viel. Na gut, ja, was es in Strategic Command auch noch gibt, was wir noch gar nicht angesprochen hatten, weil wir jetzt nur so auf der Landebene unterwegs waren. Es gibt natürlich dann noch zusätzlich zu diesem Land Supply oder zu dieser landbasierten Versorgung gibt es ja dann auch noch dieses Konvoi-System. Also zwischen den alliierten Staaten wird zum Teil dann ein Seekonvoi gebildet, der dann interessantes Jagdziel für U-Boote werden kann und da werden dann quasi die zentrale Währung des Spiels, nämlich die sogenannten militärischen Produktionspunkte, die MPPs, transferiert, um andere Länder zu stärken. Es gibt auch ein paar Landkonvois, die man einsetzen kann auf Seiten der Mittelmächte, weiß ich das zum Beispiel, da kann man ja mit den mit den mit dem Deutschen Reich Österreich unterstützen und wenn Österreich Serbien besiegt hat, kann auch Österreich in Richtung Osmanisches Reich einen Konvoi für den Transfer von MPPs quasi abstellen, sodass man auch quasi, was das Wirtschaftliche angeht, Unterstützungshilfe leisten kann. Also nicht direkt die Armeeversorgung, sondern mehr so ein bisschen Wirtschaftshilfe, die dann per Zug oder halt per Schiff transferiert wird, um den Gegner länger im Krieg zu halten. Genau. Ja, und die man dann auch stören kann, per U-Boot zum Beispiel oder auch per normalen Flottenverbände, wenn die auf dem sogenannten, was ist, Überfallmodus sind, dann können sie bestimmte Anteile der MPP sozusagen abfangen, die dann nicht ankommen. Also das finde ich tatsächlich auch eine sehr interessante Spielmechanik, weil es halt auch selten ist, dass in dem Spiel wirklich versucht wird, so intensiv auch die U-Boot-Kriege darzustellen, die ja zumindest am Anfang durchaus wichtig waren, zum Ende hin des Kriegs war es ja dann eher unwichtig, also je nachdem, von welcher Seite man das sieht. Aber also ich finde es tatsächlich interessant, vor allen Dingen, weil es ja dann auch durchaus eine wichtige Spielmechanik sein kann, um England dann empfindlich zu schwächen. Auch wieder so ein Thema, entweder hast du Versorgung im Spiel oder halt nicht. Und das Spiel macht es halt doch ziemlich gut, gerade weil es auch mit diesen einfachen Spielmechaniken, für das dann immer wieder entscheidet, zum Beispiel auch die MPPs, dann es schafft die Technische halt sehr gut umzusetzen, weil sie halt einfach sind und dann man sich auch an der Software-Seite darauf konzentrieren kann, dass man diese einfache Mechanik gut umsetzt und nicht zehn Mechaniken halb umsetzt. Das finde ich gerade bei dem Strategic Command bei der ganzen Reihe sehr interessant oder auch immer wieder sehr gut, dass die Spielmechanik auch wirklich funktioniert und wirklich gut umgesetzt ist. Wie ihr schon sagtet, gerade auch der U-Boot-Krieg oder auch viele andere Sachen, die dazukommen. Ich finde auch ganz schön, ich hoffe, ich kriege meinen Gedanken jetzt festgehalten, die MPPs, wie du schon sagst, das ist ja eine sehr überschaubare Mechanik. Im Prinzip ist das ja sowas wie eine spielmechanische Währung und diese Währung macht fast alles. Also du produzierst oder kaufst, kaufst dir damit Einheiten, du kannst Einheiten damit ersetzen, die bereits vernichtet worden sind zum Beispiel für günstigeren Preis unter anderem, du kannst da diesen Wert oder diese Währung in Forschung investieren im Spiel, du kannst sie einsetzen, um diplomatischen Einfluss auf andere Staaten auszuüben, um sie möglicherweise auf deine Seite irgendwann in den Krieg eintreten zu lassen oder auf der Gegenseite zu verhindern, dass ein Land quasi auf die feindliche Seite überzieht. Also diese MPPs habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, ja gut, der Transfer über diese Land- und Seekonvois spielt ja noch eine Rolle, auch mit MPPs hatte ich schon angesprochen. Das ist schon, das ist so ein One-Size-Fits-All-System, diese Währung, die macht irgendwie alles, aber das ist so schön zusammengefügt, wie du das auch beschrieben hast, dass das auch funktioniert, denn man, ich finde, das machen die auch ganz gut, dass sie, dass die Entwickler das zusammenführen von verschiedenen Bereichen, also das Spiel lebt ja zentral vom Ziehen der Militäreinheiten an Land und auf See, um den Gegner zu schädigen in irgendeiner Form und jetzt ist es ja zum Beispiel so, diese Tonnage-Geschichte entsteht ja dadurch, klar, du hast U-Boote, du kannst mit denen den Handel stören, also diesen Konvoi-Handel stören und forderst den Gegner ja damit auch dann und auch die KI oder halt den menschlichen Gegner dazu heraus, darauf zu reagieren, Zerstörer zu senden und andere Schiffe oder ganze Schiffsverbände zu senden und das gibt ja möglicherweise, wenn man das jetzt vorausplant und sagt, das möchte ich absichtlich so machen, um einen Teil der Flotte irgendwie rauszulocken, kann das ja schon wieder zum Beispiel eine Möglichkeit sein, auf der See irgendeine Schlacht herbeizuführen, um vielleicht eine Entscheidungsschlacht am Ende sogar zu kreieren oder sich anderweitig Vorteile zu verschaffen, den Gegner kontinuierlich zu schwächen, das hab ich zum Beispiel, also ich hab das nicht genau so probiert in meinem KI-Let's Play gegen die KI, aber ich hab da zum Beispiel versucht, so durch meine abgeschirmte Hauptflotte, das ist nicht ganz realistisch, so wie da der Schiffskampf dargestellt wird, muss man dazu sagen, aber ich hab dann immer meine Schlachtschiffe relativ weit hinten gehalten und die leichten Kreuzer und die Zerstörer vorne weg, so als Abschirmung und dann hab ich halt immer ein bisschen reingepiekst und geguckt, na kommt denn da wer, kommt denn da was und dann wird das abgefangen und dann setzt man mit ein, zwei größeren Schiffen nach und piekst sich die einzelnen Schiffe dann raus, das ist ein bisschen gamey gewesen, hab ich im Nachhinein auch gemerkt, weil ich kontinuierlich die alliierte, die große britische Navy vor allen Dingen so weit schwächen konnte, dass die am Ende ja wirklich extreme Probleme hatten, die hatten glaube ich drei Schlachtschiffe verloren, sie haben zwar auch irgendwie sieben oder acht, ich weiß es nicht, aber das ist für die britische Navy, wenn man sich das in der Realität vorstellt, wäre das eine absolute Vollkatastrophe geworden, wer weiß, was das für langfristige Folgen gehabt hätte, auch während des Krieges, in diesem Fall hatte das jetzt diese Folgen auf die nationale Moral, eine weitere schöne Mechanik, die da quasi so ein bisschen den Siegstand abbildet, auch ganz gut dynamisch funktioniert, aber da sieht man, finde ich, ganz gut, wie so eine Feinheit, wie dieses Konvoi-System dem Spieler halt eine Menge Optionen gibt, um sich taktisch und auch strategisch Gedanken zu machen, wie kann ich bestimmte Situationen herstellen, die mir jetzt irgendwie von Vorteil sind und das macht in diesem Spiel unglaublich viel Spaß, an Land und auch zur See und in der Luft diese Situationen vorherzusehen, schon mal vorzuplanen und dann aber adaptiv zu reagieren auf dieses ganze dynamische Geschehen und das haben die Entwickler fantastisch gemacht, da kann ich ja nur loben. Ja, gut, dann habe ich, glaube ich, noch ein Beispiel, da müsste ich jetzt auch mal gerade gucken, hatte ich da eigene Screenshots? Ich glaube noch nicht, da müsste ich da mal gerade reinschauen. Als ein weiteres Beispiel, wo ja auch Versorgungsmechanik abgebildet wird, gar nicht mal klein, ist ja dann auch Hearts of Iron 4, das ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre draußen, da würde mich mal eure Meinung zu interessieren, insofern ihr da schon Erfahrungen gesammelt habt in dem Spiel. Ich glaube, Marcel hat da schon was gesagt vor dem Gespräch, dass er da schon eine Meinung zu hat zu Hearts of Iron 4 und Versorgung und überhaupt zu dem Spiel insgesamt wahrscheinlich. in dem Fall. Also ich persönlich habe tatsächlich, das steht bei mir an der Spielstundenseite tatsächlich an erster Stelle. Ich weiß tatsächlich aber nicht, ob ich da jemals ein Display zu machen werde, weil es mir so gut gefällt, dass ich es wahrscheinlich niemals displayen werde, aber also das war Sarkasmus. Also mein Problem ist, ich komme ja aus der technischen Seite und das Spiel zeigt immer sehr gut, was bei der Klausowitz-Engine alles falsch läuft. Und das Problem ist, ich sehe jedes Mal, wenn ich dieses Spiel starte, immer die Probleme im Spiel. Und das ist, da hat es halt, da ist es halt doch schon ein Nachteil, wenn man sich ein bisschen mit der Technik auskennt. Vor allen Dingen, weil ich auch schon viel probiert habe, auch um diese Geschwindigkeitsprobleme hinzubekommen. Und ich sage mal, mein Prozessor ist ja durchaus potent. und er kriegt das halt auch nicht flüssig hin, das auch nur ansatzweise flüssig darzustellen, dieses Spiel. Und das ist eine Sache, die mich immer wieder sehr, sehr ärgert. Mal ganz abgesehen von den Versorgungsmechaniken. Und wenn ich mir überlege, dass da jetzt noch großartig Versorgung mit eingebaut werden soll, die ja so ein bisschen in dem Spiel ist, aber also so richtig Versorgung konnte ich da bisher noch nie finden. Außer jetzt natürlich, dass die Einheiten dann Mali bekommen oder so was, wenn da zu viel irgendwo rumstehen und so, aber weiß ich nicht, also so richtig eine tiefe Versorgungsmechanik finde ich persönlich jetzt nicht. Also ich habe da tatsächlich durch mein Let's Play, ich kann das ja so ein bisschen aufhören. Oder wollte, kann Jan das vielleicht erläutern? Nee, ich kann da, nee, es ist lange her, dass ich es gespielt habe und auch sehr wenig nur. Also ich kann jetzt nicht alles im Detail darstellen, vor allen Dingen jetzt nicht an diesem einen Screenshot hier, aber ich habe in meinem Let's Play jetzt wirklich einiges an Erfahrung gemacht, habe auch mal meine Spielstände mal testhalber ein bisschen nach vorne gespielt, was man ja sonst eigentlich im Let's Play nicht macht, aber ich wollte einfach mal wissen, wie funktionieren denn bestimmte Mechaniken und ich habe mir da auch die Versorgungsmechanik angeschaut und die ist tatsächlich erstaunlich tief, finde ich, für so ein Spiel, aber sie ist auch nicht fehlerfrei. Wie so viele Mechaniken in dem Spiel haben sie so ein bisschen, so ein paar Grundprobleme rein designt, die wirklich Probleme machen. Also Marcel hat es eben schon angesprochen, Strategien hat, wir hatten, wir haben das Problem, dass hier einfach letztlich die Versorgung eine Auswirkung hat, zumindest soweit mir bekannt ist, auf die Landeinheiten und zwar, wenn Einheiten komplett unversorgt sind, also es gibt Versorgungsregionen, die sind im Prinzip immer eine Zusammenfassung von, ich glaube, drei Spielregionen, also quasi mehrere Provinzen sind eine Region in dem Spiel und zwei bis drei Regionen, glaube ich, werden immer zu einer Versorgungsregion zusammengefasst. Die speisen sich unter anderem aus Häfen, da werden dann bestimmte Punkte addiert pro Hafen, je nach Größe, verschiedene Anzahl von Punkten. Es gibt eine lokale Versorgungsbasis an sich in der Region, die wird dazu addiert und dann kommt noch als dritter Wert Siegpunktprovinzen dazu, je nach Größe des Siegpunktes, also fünf oder zehn oder zwanzig, gibt es dann auch noch mal extra Versorgungspunkte dazu, die werden dann in so einem komplexen System, was ich auch viel zu kompliziert finde, addiert und diese Gesamtzahl, die bedingt, wie viele Divisionen quasi abzugsfrei, voll normal, ohne einen Negativmodifikator kämpfen können und jetzt ist das zum Beispiel so, das habe ich bei meinem Let's Play festgestellt, da habe ich dann quasi so ein bisschen die Seeinvasion geplant von Griechenland, Griechenland war voller alliierter Truppen in Europa, es ist alles eskaliert irgendwie, die Alliierten waren mit sechs, sieben Nationen da an der Südgrenze zu Jugoslawien aufgestellt, Italien war da, Rumänien auf der Achsenmächte-Seite und alles bekämpfte sich da in diesen Gebirgszügen Nordgriechenlands etc. und dann habe ich halt von Süden das Ganze aufgerollt, habe mir die Hauptstadt Athen nehmen können, das war auch ein bisschen glücklich und habe dann versucht von Süden das so aufzurollen nach Norden und auch möglichst viele von diesen Hafenprovinzen zu nehmen, damit eben diese Versorgungsbasis immer schmaler wird, wohl wissend, dass das Probleme in der Versorgung herstellen wird, hat es auch, aber in der, in dem Hauptgebiet Griechenlands, in dieser, in dieser Versorgungsregion blieb aus einem mir nicht erkennbaren Grund die lokale Versorgung bestehen, obwohl das lediglich am Ende nur noch zwei Gebirgsprovinzen waren, da war keine Verbindung nach außen mehr, es wurden keine Luftabwürfe gemacht, das gibt es im Spiel auch, wird aber glaube ich von der KI kaum angewendet, dass man per Luft noch versorgen könnte, das ist alles nicht der Fall gewesen und die hatten neun Punkte Endversorgung noch und das läuft ungefähr so, ein Punkt Versorgung kann man ungefähr übersetzen, reicht für eine Division, Division kommt immer ein bisschen aufs Land an, zwischen ich würde mal sagen 10 und 20.000 Mann, also haben wir eine Versorgung von neun, damit kann man circa, ja mindestens 100.000 Mann versorgen, wenn nicht sogar bis zu knapp 200.000 Mann in zwei Gebirgsprovinzen ohne Verbindung nach außen. Wie das funktioniert, sich dort lokal mit zehn Divisionen zu versorgen, konnte mir das Spiel noch nicht erklären, also entweder ist das ein riesiger Bug, der nie rausgefixt wurde, dass das nicht so funktionieren soll oder es ist ein Feature, ich weiß es nicht, aber das hat halt so seine Schwächen, das System auch gerade deswegen, wie Marcel es angesprochen hat, am Ende der maximale Malus für den Kampf einer Division oder für die Kampffertigkeit beträgt minus 33 Prozent und da werden aber noch ganz viele andere Faktoren reingerechnet, zum Beispiel ein erfahrener Kommandant kann mal ganz locker, wenn er wirklich erfahren ist, 20 oder 30 Prozent Bonus geben und da gibt es noch weitere Sachen, die Einheit hat eine Erfahrung, das können auch 10 oder 20 Prozent Bonus sein und wenn ich das alles zusammenrechne mit dem Minus 33 Prozent Versorgungsmalus, dann ist das auf einmal verschwindend gering beziehungsweise die Einheit kämpft noch sehr, sehr gut in einer Situation, wo man annehmen müsste, nach so ein, zwei Wochen kämpft da eigentlich gar keiner mehr oder halt nur noch mit einem Bruchteil der Kampfstärke, weil nichts mehr vorhanden ist, was zur Versorgung nötig ist, die Munition müsste ausgehen, alles müsste irgendwann mal leer sein, aber die Einheiten kämpfen trotzdem noch relativ potent weiter und das ist irgendwie kein, nicht so schön durchdesignt einfach am Ende des Tages, aber dennoch ist das spannend, weil man kann tatsächlich, wenn man so eine riesige Blob-Ansammlung von Divisionen hat, kann man tatsächlich dafür sorgen, dass die durchaus so Probleme kriegen, dass man die dann auch wirklich einkesseln und zerstören kann, vernichten kann, das Spiel kennt ja leider dann auch keine Kriegsgefangenschaft oder so, die Einheiten sind dann einfach weg, überrannt steht dann dann manchmal als Modifikator noch da auf der Karte, wenn man dann eine Einheit wirklich vernichtet hat, man muss sich dann irgendwie vorstellen, ja gut, Großteil wird wahrscheinlich in Gefangenschaft geraten, da werden jetzt ja die nicht hunderttausende Menschen exekutiert, will man zumindest hoffen, ja aber so funktioniert das mit der Versorgungsmechanik, gibt dann natürlich auch noch diese Seekonvois, die spielen da auch noch eine Rolle, aber es ist einfach ein Beispiel dafür, wie manchmal diese Mechaniken auch einfach nicht gut zu Ende designt sind, also ein bisschen das, für mich das Gegenbeispiel zu Strategic Command World War I, was wir da hatten oder auch World at War zum Zweiten Weltkrieg, wo Versorgung eine ganz große Rolle spielt, hier in Hearts of Iron 4 war mein Eindruck, spielt das eine Randnotiz, so ein bisschen wie bei Panzer Corps vielleicht, aber halt auf ganz andere Art und Weise, weil natürlich Hearts of Iron wieder ganz weit die Perspektive rauszoomt auf die Weltkugel und das ganz anders darstellt, aber ja, das Problem ist, glaube ich, würde ich schon sagen, ein ähnliches. Weiß das jemand von euch, wie das bei Hearts of Iron 3 war? Da gab es ja diese Hauptquartiermechaniken, aber die sind nur für Kampfboni gewesen, nicht für Versorgung, oder? Das ist lange her, dass ich das gespielt habe, das wusste ich mal. Also du hattest auf jeden Fall so eine Währung, sage ich jetzt mal, also einen zentralen Währungsbereich, der nur Versorgungsgüter abgedeckt hat. Ich weiß nicht, ob das auch Versorgung oder Nachschub hieß das, glaube ich, oder Nachschubgüter oder sowas in der Richtung, aber vielleicht weiß das auch jemand im Chat, das habe ich jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, und die musste man, musste man, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, müsste ich jetzt lügen, ob man, ob man die einfach nur positiv halten musste im Einkommen, dass das quasi immer ein Plus ist und nicht ins Minus, Minus irgendwie reingeht, oder ob das. So war das bei, bei Hearts of Iron 2 auf jeden Fall, da musste man einfach nur ein Plus bleiben. Ich meine, es wäre so gewesen, oder es gab sogar einen richtigen Stockpile, also dass man quasi ein Lager hatte, was, was sich entleeren konnte. Was übrigens bei Hearts of Iron 4 noch wichtig ist, das sehen wir hier im Screenshot nämlich auch, es gibt hier Kraftstoffe oder alle Arten von Treibstoffen werden zentral in einem Staat gelagert und haben eine gewisse Endkapazität, die man auch beeinflussen kann, durch Gebäude erhöhen kann, und die spielen tatsächlich eine relativ große Rolle, also wenn das leer geht und man nichts mehr übrig hat an Kraftstoffen, so wie man am Ende beim Deutschen Reich oder so, dann einfach nichts mehr da ist, dann bin mir nicht mal ganz sicher, aber ich meine, dann können auch Flugzeuge keine Einsätze mehr fliegen, das wäre zumindest eigentlich sehr folgerichtig und Schiffe können nicht mehr aus den Häfen ausfahren, also dann ist quasi wirklich, was diese beiden Bereiche angeht, völlig essig. Panzer fahren nur noch mit einem minimi-mini-minimalen Bruchteil der Geschwindigkeit, also sind quasi völlig ineffektiv. Also das macht das Spiel wiederum ganz gut, weil es halt wirklich so ein Lagersystem hat, wo man dann sagt, okay, wenn ich das einmal aufgebraucht habe, dann bin ich auch mehr oder weniger sehr schnell am Ende angekommen. Ich glaube, das liegt vielleicht zum Teil auch tatsächlich an dem, was ich schon mal angesprochen hatte vor dem Stream, dass die auch ein Problem mit der Clausewitz-Engine haben, die haben halt ein Problem damit, die KI zu berechnen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das klassisch ja aus einer Zeit kam, wo es maximal ein bis zwei Kerne für den Prozessor gab. Das heißt, die haben irgendwie zwei, drei Sachen gehabt. Eine, der die ganzen Bilder anzeigt und eine, der im Hintergrund die KI berechnet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das immer noch ein Problem ist, dass diese ganzen Sachen wirklich alle zum Teil alle sequentiell nacheinander abgearbeitet werden auf dem Computer und dass dadurch auch die Geschwindigkeitsprobleme kommen, weil sie ja erst kommen, wenn du sehr viele Einheiten auf dem Feld hast. Das heißt, die KI berechnet sequentiell irgendwann nacheinander die ganzen Sachen ab und die ganzen Algorithmen, die da drinnen stecken, kommen halt oder werden halt irgendwann zu groß. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie dann noch ein komplexes Versorgungssystem reinbauen und noch eine Mechanik, dann kommen sie mit den mit den Berechnungen irgendwann gar nicht mehr hinterher, weil sie sich ja dazu entschieden haben, die das ganze in Echtzeit zu berechnen oder Pseudo-Echtzeit in dem Fall. Also es ist immer wieder ein großes Problem. Ja, weißt du zufällig oder hast du einen Einblick in den in den Code des Spiels irgendwie mal gewonnen? Also mich würde das ja mal wirklich interessieren, wie das abläuft, was die KI zum Beispiel priorisiert. Denn die muss ja bestimmte Dinge wahrscheinlich so in Abstufung zueinander, muss die ja irgendwie durchchecken, was gerade am wichtigsten ist. Weil ich finde, man sieht das so deutlich beim Verhalten der KI mit diesen Frontlinien, dass die ja total erratisch immer ihre Truppen hin und her schickt und sich irgendwie, es gibt irgendwie keinen Masterplan irgendwie, dass man jetzt sagt, okay, hier müssen wir jetzt Truppen stationieren, sondern weil die sich natürlich auch häufig verschieben, die Frontlinien, sagt die KI dann sofort, ah Moment, jetzt habe ich hier da noch eine Provinz extra und da ist eine weggegangen und hier und da. Und dann fängt die an, von allen Seiten alles durcheinander zu schieben, am besten noch mit strategischer Verlegung, dass man all seine Organisationen sofort minimiert auf fünf oder null, also wirklich auf ein Minimum. Und dann sind die auf einmal total kampfschwach auch und werden hin und her geschickt. Und das ist ja so ein Ding, weswegen ich jetzt auch im Let's Play und der Steinbein hat das bei sich bei seinen Let's Plays auch schon gemacht, einfach diese Frontlinien-Mechanik komplett rausgenommen habe, weil das nicht spielbar ist. Also gegen die KI schon mal gar nicht, gegen den menschlichen Spieler mag das irgendwie funktionieren, wenn man das micromanagt, aber selbst das, du sagst es ja, es ist so eine Pseudo-Echtzeit, will man das auf Stufe 1 die ganze Zeit spielen, um das irgendwie noch zu managen, das ist ja auch irgendwie sehr feindliedrig dann, das will ja auch keiner. Also in den Code reingeguckt jetzt nicht. Ich habe es mal versucht, das ist kläglich gescheitert, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass es tatsächlich auch daran liegt, weil wenn du jetzt noch mehr Mechaniken reinbaust, dann wird es halt immer komplizierter, weil wenn ich mir überlege, wenn wir wieder zu so einem Ereignisbaum kommen und die wirklich für jede Sache ein Ereignis ablaufen lassen müssten und die für jede Verzweigung, also du hast ja pro Gigahertz oder pro Takt eines einer CPU schaffst du eine bestimmte Anzahl an Anweisungen. Früher waren es sehr wenige, mittlerweile sind es sehr viele. Das ist ja auch immer wieder dieser berühmte Unterschied, den Intel immer wieder gerne anzieht für seine Prozessoren beim Gaming, dass die sehr viele Anweisungen pro Takt schaffen. Und wenn du dann überlegst, jede Verzweigung würde eine weitere Anweisung und immer und noch eine Anweisung bauen, noch eine Berechnung, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die damit irgendwann echt ein Problem haben und dass die wirklich nur so Basissachen eingebaut haben. Gerade wie du mit der Versorgung sagst, das sind immer so Sachen, die man gut mit Mathematik lösen kann. Da hast du eine Formel hinter, die berechnet dir, okay, Versorgung passt oder nicht. Und wenn sie nicht passt, dann ziehen sie wiederum mit einer anderen Formel da einen bestimmten Prozentsatz ab und dann ist das Thema durch. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass diese ganze Frontmechanik, die da eingebaut ist, extreme Probleme hat, weil das einfach für die Kalkulation, weil die einfach in ihrer Engine für die Kalkulation gar keine Zeit haben, weil das ganze Spiel dann zu langsam werden würde. Deswegen müssen sie da einfach so ein paar Basiskalkulationen machen und dann schieben sie das Ganze raus. So kann ich mir das ganz gut vorstellen. Das würde einige... Ja, genau. Also du kannst das auch sehr gut selbst nachvollziehen, wenn du das Spiel mal laufen lässt und den Taskmanager öffnest, dann siehst du, dass ein bis zwei Prozesse oder Prozessoren immer zu 100 Prozent ausgelastet sind. Und wenn das Spiel langsam wird, bei jedem Spiel, Stellaris, das ja zeitlich aus der gleichen Zeit kommt, Hearts of Iron, das ist immer das gleiche, immer das gleiche Spiel. Wenn viele Einheiten sind, ist ein oder zwei Prozessoren oder Kerne im Prozessor sind ausgelastet und dann kommt das Spiel nicht mehr hinterher. Also das ist irgendwas, was die KI berechnet, was dann da das ganze Ding zum Hängen bringt. Das müsste man ja eigentlich mal, ich weiß gar nicht, wie vergleichbar das ist, das müsste man mal mit den moderneren Titeln auch noch mal vergleichen. Die laufen ja prinzipiell immer noch auf derselben Engine, glaube ich, ne? Ja, da hast du das Problem nicht, weil du so viele Einheiten nicht hast. Du hast, du hast, wenn ich mir Crusader Kings überlege, viele Armeen hat man da, ein, zwei, drei. Wenn ich mir da an das aktuelle Steinbein-Let's Play denke, der ja auch mit der Einheitenteilung sehr aktiv ist. Vier, fünf vielleicht maximal. Das ist aber weit entfernt so von 200 Divisionen von dem, von den Deutschen, die da dann in Russland einfallen. Ja, das ist schon eine andere. Ja, und dann kommt halt das Problem dazu, dass die ja auch nicht gegliedert sind. Also klar, da gibt es halt diese Armeen, aber die umfassen ja auch irgendwie unvorstellbare Zahlen und die dann halt an ultralangen Frontverläufen irgendwie immer da, wie Bastian es gerade schon beschrieben hat, hin- und hergeschoben werden aufgrund dessen, weil jede Einheit wieder neu berechnet werden muss. Ja, wie sind jetzt die Bedingungen, wo muss die jetzt hin? Ich glaube, eine kleinteiljährige Gliederung würdest du da vielleicht schon simpler machen. Also wenn man jetzt sozusagen sagt, okay, man hat jetzt hier einen Abschnitt, eine Armee von, weiß ich nicht, 10, 20 Divisionen oder so. Das funktioniert mit der KI auch schon besser. Also wenn du kleine Frontabschnitte machst, dann siehst du auch, dass die KI damit viel besser klarkommt, als wenn du, wie hier auf dem Bild, wahrscheinlich so zwei Abschnitte hast aus dieser riesigen Frontlinie. Wir sind ja hier in China, das sind ja mehrere tausend Kilometer. Also wenn du das hier verkleinerst auf so drei, vier Provinzen oder so in der Reihe, dann kommt die KI damit schon eine ganze Ecke besser klar. Also die Erfahrung habe ich sowohl gesehen in Let's Plays, als auch schon selber mal ausgetestet. Dann spricht das auch wirklich dafür. Die KI kommt schon besser damit klar. Nicht perfekt, aber schon eine ganze Ecke besser. Also ich stimme euch zu, diese ganze Thematik mit dieser Gliederung ist auch mir ein Dorn im Auge, weil ich früher tatsächlich auch viel Hartz auf allen drei gespielt habe. Und da war die Gliederung wirklich differenziert und fein. Also da hast du quasi vom Generalhauptquartier in Berlin oder was auch immer Oberkommando der Wehrmacht, hast du dann runter auf die Armee-Core-Ebene. Äh, nee, Quatsch, auf der, auf der, na wie heißt es denn hier, diese ganzen Armee-Gruppen-Ebene. Dann hattest du die Armee-Ebene, die Chorebene und die Divisionsebene und die waren nochmal unterteilt in Regimente, also bis in die Regiments-Level hinein, was ja schon relativ klein ist. Ähm, und dadurch hattest du, ähm, einerseits auch dieses Boni-System, was da so verankert war in den Hierarchien und du hattest es wirklich strukturiert und konntest, was ich sehr motivierend fand, auch die Armeen selber strukturieren, wie du das am besten planen möchtest. Das hat ja also ganz viel, man sagt ja schön im Neudeutschen immer Agency irgendwie so ein bisschen in die Hand gegeben und hat gesagt, hier, wenn du, du kannst das jetzt irgendwie machen, wie wir dir das vorgeben, du kannst es strukturieren, wie es historisch war, du kannst es völlig anders machen, du kannst andere Einheiten da reinsetzen, wie du das magst. Und, ähm, da konnte man wirklich fast schon eine Wissenschaft draus machen in Hearts of Iron 3. Die sogenannte OOB, also Order of Battle, wie man die aufbaut, wie die effizient ist, wie die gut funktioniert für bestimmte Feldzüge und bestimmte Fronten etc. Ähm, das war, das fand ich auch damals gut gemacht und motivierend. Ähm, vielleicht ein bisschen zu feingliedrig, da gab's, glaube ich, auch teilweise Kritik dran. Ich weiß nicht, ob das größte Teile der Spieler waren, ich vermute eher nicht, aber wie das immer so ist, einigen gefällt's anderen wieder nicht. Und jetzt haben wir mit Hearts of Iron 4 ja irgendwie so einen halbherzigen Versuch gehabt, das, glaube ich, zugänglicher zu machen, das Spiel. Und dann flog die OOB bis auf Armeen und Divisionen raus. Und was man dann sieht, ist das hier, man hat Armeen mit bis zu 24 Divisionen da drin. Und noch einen Feldmarschall kann man noch oben drüber setzen. Ähm, ja, das war's dann. Also, das ist dann wirklich sehr, sehr, sehr vereinfacht. Ähm, und das wurde ja, glaube ich, auch schon nach Release des Spiels auch relativ schnell kritisiert, dass das doch sehr, sehr stark vereinfacht ist. Und dann, ja, spielt das wahrscheinlich in diese technischen Probleme dann sogar noch mit rein und verstärkt die sogar noch, ne, weil diese ganzen Einheiten dann alle, äh, mehr oder weniger nicht unabhängig sind, aber schon, äh, den großen, eine große Eigenverantwortung im System des Spiels quasi tragen, weil sie ja alle für sich selbst erst mal entscheiden müssen und dann gucken, ja, ich hab jetzt noch einen Armeenanführer, schön, aber, ähm, das spielt dann alles nicht mehr so die Riesen, die Riesenrolle mit der, mit der Chain of Command, ne, mit dieser Kommandokette, die dann feinlirig bis unten durchgeht. Ja, cool. Interessant, wie unterschiedlich die Spiele das dann auch umsetzen und mit was für Problemen die zum Teil zu kämpfen haben. Also, gerade diese technische Perspektive, muss ich gestehen, die hatte ich bisher wirklich noch gar nicht auf der Uhr. Aber das, äh, was, was Zelda erzählt, ähm, zu diesen, äh, Problemen mit der Engine und mit der Software, mit dem Software Engineering letztlich, das, das macht wirklich Sinn, dass da viele Probleme auch herrühren, ne. Ja, ich beschäftige, oder ich beschäftige mich bei der Arbeit auch tatsächlich mit solchen Themen, deswegen, äh, ist das immer wieder sehr interessant, ja. Ja, cool. Ja, es ist eigentlich immer, immer, immer das Hauptproblem bei Software, die Geschwindigkeit und, und das Thema. Das ist nämlich immer wieder der Gedanke, na, Ressourcen haben wir ja. Das Problem ist, wenn das jeder denkt, dann sind sie am Ende des Tages halt weg. Ja. Es ist immer finit, ne. Ja. Was, was ich auch, ähm, jetzt hab ich, glaub ich, den Faden grad verloren, Mist. Ich hatte noch irgendwas zu Harz of All 4, was jetzt so ein bisschen den Abschluss gegeben hätte. Ach so, ja, genau. Ich hab tatsächlich, da bin ich auch sehr stolz drauf, ähm, als Nicht-Informatiker quasi, ähm, hab ich es geschafft, in diesem Wust des Dateisystems eines Paradox-Spiels, das ist nämlich wirklich ganz schön unaufgeräumt, muss ich sagen, ähm, hab ich es geschafft, ähm, nach dem Release des letzten Groß-Add-ons, ja gut, das war, Bosporus kam jetzt noch raus, irgendwie dieses mit dem Balkan starten, das war aber nicht ganz so groß, glaub ich. Davor kam ja La Resistance letztes Jahr raus, und da hab ich tatsächlich, ähm, meinen Speicherstand, der ja schon lief im Let's Play, wär ja eigentlich inkompatibel mit La Resistance gewesen, und, ähm, ich hätte dann auf der alten Spielversion weiterspielen müssen. Ich hab's tatsächlich geschafft, aus einer Kern-Speicherdatei des Spiels, wenn man neu startet, die, die, die Strukturen in der Datei zu kopieren und in der eigenen Speicherdatei von dem alten Speicherstand so einzufügen, dass das nicht abstürzt, sondern funktioniert bis auf ganz, ganz kleine, minimale Ausnahmen, die ich bis zum Schluss nicht ganz rausgekriegt habe, weil da mir natürlich der Einblick in den Gesamtcode irgendwie fehlt und in diese Strukturidee, die dahinter steckt. Aber das war, das hat bestimmt acht, neun Stunden gedauert, bis das alles fertig war, und das war auch riesig, ähm, stupide, weil man die Dinge immer einzeln kopieren, man konnte nicht einfach alles reinkopieren, sondern musste immer einzelne Ecken quasi nehmen und dann an die entsprechenden Dinge dranflanschen und dann immer wieder gucken, ah, hab ich jetzt auch keinen Klammerfehler mehr drin in diesem ganzen Dingen da, weil Syntax ist ja sofort ein Problem dann, und das war wirklich, das war mega stupide, aber ich hab mir gedacht, nein, ich probier das jetzt aus und wenn's mich hier so viel kostet, egal, aber am Ende kann ich das Spionagesystem im Spiel einwandfrei benutzen, das ist ja auch immerhin was. Das hätte nämlich sonst nicht gegangen mit dem alten Speicherstand. Krass. Ja, Respekt. Ja, das war gut. Für die ganzen Klammern, da gibt's Codechecker, das ist kein Problem. Ja, ja. Die ergänzen das dann automatisch. Das ist richtig, für die ganzen Klammern schon, aber wenn man das alles dann auch noch immer wieder in 10.000 Zeilen dann irgendwo reinkopieren muss, also das ist echt, das ist wirklich eine ganz schön nervige Arbeit gewesen, aber es war's auch wert, also ich muss sagen, ich find das, dieses, wenn wir mal von der Versorgung jetzt weggehen, dieses Spionagesystem ist jetzt auch nicht weltbewegend wichtig, finde ich, aber für das Gesamtspiel, aber es bringt eine neue Ebene hinein, die durchaus an sich Spaß macht, zu spielen, diese Agenten auf Missionen zu schicken und diese Spionage zu betreiben, andere Spionage abzuwehren. Also ich hab auch durchaus schon gesehen, dass das Einfluss auf das Spiel durchaus auch haben kann, mit irgendwelchen Coups, die dann stattfinden, zum Beispiel bei mir im Let's Play, da ist auf einmal der rumänische König abgedankt, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das eine Fokusbaumentscheidung war oder sowas. Aber sowas könnte auch durch Spionage zum Beispiel initiiert werden, also da sind schon ein paar coole Dinge auch drin, das ist ja nicht so, ne, wir lästern jetzt ziemlich viel über Paradox und die Engine und diese ganzen Design-Flaws, die das Spiel auch hat oder die Paradox-Spiele haben, aber manchmal machen sie es auch nicht so schlecht, muss man auch dazu mal sagen, vielleicht. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ich bin ja mal sehr gespannt, wenn wir gerade bei KI und so noch sind, wie, und da weiß man mir leider noch nicht so richtig, wann das denn endgültig mal erscheinen wird, aber wie ressourcenlastig General Staff dann sein wird, ne, also was ja auf einer, weiß ich nicht, wie viele Jahre KI-Programmiererfahrung dieser Mensch hat, der das programmiert, ich glaube irgendwie 40, 50 Jahre oder so. Das basiert irgendwie alles auf seiner Dissertation und was er dann immer noch weiterentwickelt hat und so und das soll so sein, also man hat glaube ich Gameplay bisher noch nicht sehen können, aber dass pro Hauptquartier sozusagen das Gelände, also erstmal wird analysiert, welche Truppen habe ich, dann wird analysiert, wie ist das Gelände, dann wird analysiert, welche Gelände oder signifikanten Punkte auf der Karte sind sozusagen strategisch relevant, auch für den Gegner und darauf sozusagen resultieren die taktischen Entscheidungen der KI, also das ist, klingt alles sehr vielversprechend, ich meine, das muss sich da natürlich noch beweisen, aber wenn es das denn schafft, dann ist halt sozusagen da nochmal die Frage, wie rechenlastig wird das wohl sein? Obwohl es geht immer, ich weiß nicht, ist das ein Echtzeitspiel oder soll das rundenbasiert sein? Ich meine, das ist Echtzeit. Okay. Also ich sag mal, wenn man es vernünftig aufbaut, dann ist das alles kein Problem, also ich sag mal, du hast in der heutigen Zeit ja diese ganzen Multi-Threading-Sachen, ich glaube, bei der Clausewitz-Engine ist es tatsächlich eher ein Problem aus der Historie, dass sie das halt einfach mal vor zehn Jahren erfunden haben und dass das dann halt einfach so war und dann wird es halt immer so sein. Und wenn man das aber vernünftig aufbaut, denke ich, kann man das auch sehr gut parallelisieren. Das könnte man halt auch bei der Clausewitz-Engine machen, es ist halt, ja, also im Prinzip wird sie mehr oder weniger neu entwickeln, zumindest den gesamten Teil und das ist doch schon ein massiver Aufwand, ne? Da müsste man sich halt überlegen, entwickelt man jetzt, keine Ahnung, Crusader Kings 3 oder baut man eine neue KI-Engine. Da überlegt man sich halt schon, nee, dann brauchen wir lieber Crusader Kings 3, weil die KI da halt eher, oder zumindest in dem Teil, nicht das Problem darstellen wird. Das könnte spekulativ zum Beispiel, könnte das auch erklären, warum es immer noch kein Victoria 3 gibt. Halt dort sind ja auch schon substanzielle Armeen meistens unterwegs in so einem normalen Spiel, glaube ich, gewesen. Es ist jetzt ewig her, dass ich das gespielt habe, aber das fällt mir gerade so ein. Das wäre ein Argument, warum man das vielleicht auf die ganz lange Bank schiebt und sagt, naja, wenn wir dann mal eine neue Engine machen, dann 2025 oder so. Ja, genau. Das ist durchaus möglich, ja. Ist aber Spekulation natürlich. Ja, ja, richtig. Aber wenn man das vernünftig aufzieht, dann ist das eigentlich kein Problem. Also, ich sage mal, die ganzen Techniken, die ganzen Techniken, das alles parallel abzuarbeiten und die Ergebnisse dann am Ende zu synchronisieren, das ist, das ist eigentlich, also technisch ist das eigentlich alles vorhanden. Man muss es halt machen. Das ist das Problem. Das ist halt Zeit und Geld, das man investieren muss. Ja, und das ist natürlich klar, dass da ein aktiennotiertes Unternehmen genau drauf guckt, wann sie was investieren. Das ist ja auch klar. Also, dann lieber noch zwei Games irgendwie rausbringen mit der alten Engine, wo es irgendwie läuft und man dann auch ein bisschen was einnehmen kann, bevor man dann zu früh teuer investiert, weil so eine Engine, das kostet natürlich auch eine Menge, das neu zu konstruieren, wenn man das wirklich ganz neu machen will. Ja, ich habe noch ein Beispiel, um das mal so ein bisschen zu erweitern. Wir haben jetzt viel über diese militärische Versorgung von Militäreinheiten, von militärischer Logistik geredet und ich habe in der Vorüberlegung zu der Folge mir gedacht, Mensch, ist denn nicht eigentlich so so Darkest of Times, das ja im Frühjahr erschienen ist, im Januar erschienen ist, handelt das nicht eigentlich auch von Logistik und Versorgung in einem etwas anderen Sinne, nämlich so im Zivilbereich und im Bereich der sogenannten Heimatfront, auch vor und während des Zweiten Weltkriegs. Ich mache dazu auch mal wieder hier ein paar Screenshots gerade an, die passend sind. Moment, das war falsch. Ich muss mir erst einen richtigen aussuchen. Ach nee, ich habe glaube ich, nee, den hatte ich, ah, hier, da, da bin ich sogar selber drauf zu sehen. Denn wir haben ja hier in Through the Darkest of Times, haben wir ja auch mit mehreren Wiederwährungen zu tun im Strategiespielbereich. Das Spiel ist ja doch recht strikt, sage ich jetzt mal, unterteilt in diesen Strategiespiel-Part, wo man die Gruppe auf der Karte umherschickt, die Gruppenmitglieder und die ganzen Aufgaben, Aufträge verwaltet, schaut, dass man mehr Unterstützer bekommt, das ist eine zentrale Währung, die Moral muss oben gehalten werden der Gruppe und gleichzeitig braucht man genug Geld, um bestimmte, ja, entweder Gegenstände zu erwerben oder bestimmte Missionen überhaupt durchführen zu können etc. Und es fühlt sich für mich zumindest so an, vom Spielgefühl her, dass man wirklich so ein bisschen Logistik da betreibt, in einer sehr ungewöhnlichen Form natürlich, weil man unter dem Radar der Behörden und der Nazis natürlich irgendwie agieren muss, sehr im Geheimen agiert. Aber letztendlich geht es ja darum, Ressourcen zuzuweisen, zu gucken, was investiere ich wo, welche Risiken gehe ich wann ein, das hat mich irgendwie sehr stark doch an so die generelle Logistik oder Versorgungsthematik erinnert, aber dann halt im zivilen Bereich, weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, also ich sehe es ein bisschen durchwachsen, also einerseits gebe ich dir da recht, das ist eine sehr erfrischende Perspektive natürlich, das ist das Spiel insgesamt auch und dann auch halt eben dieser Aspekt. Für mich ist aber das große Problem an dem Spiel, so sehr ich es irgendwie liebe und dankbar dafür bin, dass es dieses Spiel gibt, dass gerade dieser Bruch so stark ist, den du gerade beschrieben hast, zwischen dem Narrativ, was halt sehr eindrucksvoll ist und diesem, ich nenne es jetzt mal im Brettspiel-Jargon sozusagen Worker-Placement und Ressourcen-Management teil, also wo kann ich sozusagen meine Arbeitskräfte, gut, die haben dann noch irgendwie besondere Modifikatoren und so, wo sie besonders gut sind oder wie auch immer, aber wie kann ich meine wenigen verfügbaren Arbeitskräfte am gewinnbringendsten irgendwie einsetzen, was aus meiner Sicht sozusagen in dieser Spielmechanik, dieser Optimierungslogik, die dieser Mechanik inhärent ist, radikal bricht eigentlich mit dem, was das Narrativ erreichen würde, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Ja, das würde ich unterschreiben, ja, auf jeden Fall. Ja, ergänze ich dazu noch was? Also, ich muss jetzt auch aufpassen, es soll jetzt auch nicht in so einem Bashing enden oder so, aber ich finde halt, also ich finde es auch wie du schade. Wenn ich mir das so angucke, jetzt zum Beispiel die Karte hier, wir haben hier ganz viele Aufträge, die sich auch über die verschiedenen Akte des Spiels häufig irgendwie wiederholen. Also, es geht eigentlich von Anfang bis Ende zum Beispiel darum, irgendwo Geld oder Spenden einzusammeln. Ich glaube, das wird ein bisschen modifiziert, dass das so in den End, bei den Endakten dann weniger wird oder so, weil auch die Kriegssituation etwas angespannter natürlich schon ist und weniger verfügbar ist. Aber es ist trotzdem so, dass man die ganze Zeit erstmal an dieses Geld kommen muss, an diese verknappte Ressource, dass man mehr und mehr Unterstützer braucht, um bestimmte Missionen freizuschalten, die dann etwas, ja, etwas größer, etwas gewichtiger und schwerwiegender sind, also einen auch mehr voranbringen, weil man die braucht, um andere Missionen letztlich durchführen zu können. Also diese ganz großen Spezialmissionen zum Beispiel. Ich glaube, das ist bei Jan, bei dir auch so gewesen. Die habe ich jetzt noch kein einziges Mal gesehen. Das einzige Mal, wo ich die gesehen habe, das war in dem Angespielt, glaube ich, von Steinwall, der den ersten Akt gemacht hat. Der hat geschafft, irgendwie so eine große Flugblatt- oder Banneraktion vor irgendeinem Gebäude durchzuziehen. Das war wirklich dann auch sehr beeindruckend. Und das hat wirklich dann auch Eindruck gemacht, nicht nur, weil es narrativ unterlegt war wieder mit so einem Narrativsequenzbereich, sondern weil es direkt aus dem Gameplay heraus auch entstanden war. Und das Problem, das sehe ich auch so, was das Spiel in erster Linie hat, ist, dass man viele Dinge tut, die aber für diesen Narrativ dann wirklich, wirklich keine, keine sonderliche Rolle spielt. Also man macht schon, da hast du recht, man macht schon viel Optimierung von, von Ressourcenzuordnungen und von kleinteiligen Aufgaben. Und so richtig, es wirkt, es wirkt auf mich am Ende auch nicht so, als wenn die Gruppe irgendwie eine geschlossene, ja, muss man jetzt aufpassen, es soll wahrscheinlich auch keine geschlossene Einheit sein in dem Sinne, aber dass es wirklich eine gesamte Gruppe ist, sondern es wirkt so wie, es sind jetzt fünf Individuen und man hat keine wirkliche Verzahnung zwischen dem, was da auf der Karte passiert und dem, was im Hintergrund erzählt wird, wie du das schon sagst. Und das, ich glaube, da werden so viele Anknüpfungspunkte eigentlich, ja, vielleicht ist es ein bisschen unfair im Nachhinein zu sagen, aber doch ein bisschen schreiend offensichtlich, wie man das verknüpfen könnte und wie das wirklich die Aussagen des Spiels nochmal stärker macht, weil sie das mit dem Gameplay tatsächlich dann verknüpfen würden, was so kaum passiert, was echt schade ist. Ja, gespielt habe ich das Spiel auch. Ja, das mit den Ressourcen, ich weiß nicht, also so richtig präsent waren die jetzt nicht, du hast ja da ab und an so ein paar Sachen gehabt und was ich halt schade fand, also ich persönlich, ich hatte da Kohle ohne Ende, also Kohle, also wirklich Kohle und am Ende des Tages habe ich damit irgendwie nie was gemacht, außer, dass ich einmal, ich glaube, einem meiner Mitglieder mal ein bisschen was gegeben habe. Das heißt, du hast irgendwie, ohne da Spoiler zu wollen, ne? Also du meinst jetzt schwarze Kohle, also den... Also richtig Kohle, Kohle im Sinne von, genau, Kohle, sondern... Nee, nee, also richtig Kohle. Also ich habe da ohne Ende Kohle gesammelt, weil ich mir dachte, genau, also weil ich mir dachte, oh Gott, wenn es dann kalt wird, da brauchst du wieder Kohle und du musst ja heizen und ich meine, Kohle ist ja bestimmt für irgendwas gut, die wird ja nicht einfach nur so irgendwie da im Spiel rumliegen und... Also bei meinem Spiel lag sie dann halt einfach nur so da rum. Und ich habe ein einziges Mal irgendjemandem was gegeben, weil dann tatsächlich der Frau kalt war und ansonsten hatte ich dann irgendwann Kohle im Inventar und ja, tatsächlich ist nie wirklich was passiert. Vielleicht auch so ein bisschen darauf zurückzuführen, dass das, was ihr gesagt habt, einige Missionen sich ja auch sehr stark ähneln, ähm, was vielleicht auch der Art des Spiels geschuldet ist. Aber... Weiß nicht, fand ich... Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Das hätte man noch ein bisschen besser machen können. Ähm, wobei auf der anderen Seite... Also wenn man da einige Ressourcen einfach stumpf rausgelassen hätte und, äh, die einfach gar nicht mit eingebaut hätte, so wie die Kohle, hätte ich das bei mir überhaupt nicht gemerkt. Dann hätte man das eine Event weggelassen, hätte man die ganze Kohle im Spiel weggelassen. Und ich persönlich hätte das im Spiel überhaupt nicht gemerkt, dass es da jemals Kohle gegeben hätte. Weil das bei mir jetzt tatsächlich keinen Einfluss machte. Ja, was ich halt so schade finde, das sind eigentlich zwei Ansätze, die für sich allein genommen sehr, sehr vielversprechend sind. Ähm, die aber halt so nicht so richtig zusammengehen, ne. Das, was sie auch gerade schon gesagt hat, was... Klar, wir reden jetzt irgendwie in dem Rückblicken da drüber. Ähm, man hätte zum Beispiel das wie Inkel oder so angehen können, ne. Also nur sozusagen über die narrative Schiene gehen, ne. So eine interaktive Geschichte stärker daraus machen. Ähm, das wäre, glaube ich, irgendwie, ja, gewinnbringender insgesamt gewesen. Ähm, gut, jetzt muss man auch sagen, das ist natürlich das erste Spiel von denen, ne. Und dann haben sie sich gleich so ein riesiges, schwieriges Thema vorgenommen, sehr kleines Team und so weiter. Ähm, das nächste Spiel wird ja wohl, so wie ich's verstanden habe, auch, ähm, tatsächlich so ein Interactive Fiction, äh, nicht Fiction, aber Interactive History sozusagen, äh, Spiel werden. Also jetzt nicht so Ressourcenmanagement-Anteile haben, sondern eher auf diese Dialoge und Entscheidungen und sowas gehen. Ähm. Da bin ich sicherlich mal sehr gespannt, welche Lehren sie sozusagen aus dem Projekt jetzt hier dann mitgenommen haben. Ja, bin ich auch. Also da wird's ja thematisch, äh, in dem neuen Projekt, äh, hat das schon einen Titel? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Also es hat einen Titel. Thematisch geht's in dem, in dem neuen, äh, Spiel von, äh, Paintbucket Games, äh, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung behalten habe aus dem Kopf heraus, äh, geht es darum, dass wir quasi, äh, in der Nachkriegszeit, äh, äh, versuchen, ähm, untergetauchte, äh, wie auch immer in der Gesellschaft noch vorhandene Altnazis, äh, quasi aufzuspüren und ihrer Strafe zuzuführen, also sie vor Gericht zu bringen und, äh, da entsprechend Recherche zu betreiben, aufzuklären, etc. Ähm, und die Leute dann entsprechend auch zu finden. Ähm, das war so das, was ich daraus mitgenommen hatte, was ich auch super spannend finde, weil das wieder mal ein Thema ist, was im Videospiel noch so überhaupt nicht. Also Nachkriegsdeutschland im Videospiel existiert eher so fast gar nicht, ne? Also das finde ich auch wieder super, dass sie dann gleich auf, ich meine, es bietet sich ein bisschen an mit der Nationalsozialismus-Thematik dann eben nach dem Krieg weiterzumachen, mit der, äh, doch rückblickend gesehen sehr, sehr fadenscheinigen Entnazifizierung in vielen Bereichen, ähm, dass man das dann aufgreift und, äh, und daraus, ähm, dann eben diese, diese Perspektive einnimmt, äh, die Leute dann irgendwie für ihre Verbrechen nachträglich zu belangen in dieser Nachkriegszeit. Ähm, das ist, glaube ich, auch im, hab ich so wieder gefühlsmäßig ist das, glaube ich, auch so, dass das im, im popkulturellen Gedächtnis so gar keine Rolle spielt, ne? Also diese Frage nach, äh, wie geht man in der Nachkriegszeit eigentlich mit diesem schweren Erbe um? Das wird hin und wieder mal so erinnerungskulturell immer mal wieder wahrgenommen, hab ich so das Gefühl, wenn's um so museale Orte geht und, und um, äh, Gedenktage oder so, ähm, aber wenn's so um popkulturelles Gedächtnis irgendwie geht, was so moderne Werke, äh, Filme etc. machen oder jetzt auch Videospiele, findet das gar nicht statt. Überhaupt, man könnte das sogar noch erweitern auf, weiß ich nicht, auf die, auf die Nachkriegszeit insgesamt oder die Zeit des Kalten Krieges, da haben wir super, super wenig im Vergleich zu dem Zweiten Weltkrieg, wo wir fast tausend Spieler haben inzwischen oder so, keine Ahnung, wie viel es wirklich sind, aber gefühlt irgendwie tausend Spieler haben und zum Kalten Krieg oder zu der Nachkriegszeit vielleicht so 20, 30, keine Ahnung, im Vergleich gesehen von der, von der Verteilung her, es sind jetzt keine konkreten Echtzahlen, aber gefühlt. Er hatte ja letztens der, ähm, der, ähm, Geschichtswissenschaftler Nico Nolden ja auch einen Vortrag gehalten, ähm, über, äh, eben das Thema Kalter Krieg in Videogames, ähm, was es da so gab, da gab's ja dann zum Beispiel dieses Spiel mit der, äh, dieses, dieses Projekt, äh, wo man an der Grenze quasi dann entweder jemanden erschießen kann an der, an der deutsch-deutschen Grenze als, als, äh, Schütze oder eben nicht und sich dann nachher diesem Gerichtsprozess dann entsprechend stellen muss, dieses, äh, Ein-Mann-Projekt oder was es war, also auch ganz spannende Sachen, die man auch relativ schnell wieder vergessen hat, finde ich, ähm, ja, ganz interessant, was da, was da auf jeden Fall, ähm, in der Pipeline steht. Ja, gut, ähm, Through the Darkest of Times, ähm, wollen wir jetzt zum Schluss noch ein bisschen über ein Spiel sprechen, was uns alle drei wieder sehr beeindruckt hat, nicht nur wegen Versorgungs- und Logistikthematiken, sondern allgemein wegen dem Game Design, dass wir das nochmal ein bisschen breiter fassen, nämlich, äh, Imperiums Greek Wars, der Nachfolger von Aggressors Ancient Rome, wer mich nicht alles täuscht, ähm, was habt ihr da für Spielerfahrungen gemacht? Ja, ich hab letztens, also ich, ich, ich spiele das Spiel aktuell im Let's Play, hab letztens auch Troy gespielt und, ähm, also das Spiel ist schon ziemlich cool, weil ich kannte den Vorgänger tatsächlich gar nicht, also ich bin da auch bei Null gestartet bei dem Spiel und, ähm, es hat mich halt schon fasziniert, dass die, ja gut, die Grafik ist, ich möchte sie jetzt nicht einfach bezeichnen, aber sie ist okay. Ähm, es gibt aber auch sehr viele sehr gute Spielmechaniken, die, ich finde, auch ziemlich gut ins Spiel an sich integriert sind. Also es ist halt nicht so wie bei Hearts of Iron, dass du, ähm, viele Spielmechaniken hast, die halt irgendwie drinne sind und dann du hier ein Problem siehst und da funktioniert was nicht richtig und hier ist was nicht, sondern dass die vielen Mechaniken, die drinne sind, auch tatsächlich gut umgesetzt sind und auch wirklich funktionieren. Jetzt bist du auf so ein paar Bugs mal abgesehen, die natürlich immer passieren können, aber das ist das, was mich an dem Spiel halt tatsächlich fasziniert hat und dass die KI schon dammt gut ist. Also das muss man echt sagen. Also die ist schon ziemlich gut und das ist das, was mich gerade bei so einem Spiel immer, immer wieder fasziniert, weil man halt auch sieht, dass man doch auch rundenbasierte Strategiespiele bauen kann mit einer guten KI. Ja, absolut. Ähm, tatsächlich ist ja das Versorgungs-, also da gibt's ein Versorgungssystem, aber es ist jetzt nicht, es ist halt da und, ne, so, äh, das war's mehr oder weniger, ähm, was ich halt sehr, sehr spannend finde, ist das Diplomatiesystem in diesem Spiel, was auch im Vorgänger schon superkomplex war, ähm, in das man auch für manche leider, oder ich find's eigentlich ganz, ganz spannend, halt keinen richtigen Einblick hat, ähm, welche Faktoren zu welchem Zeitpunkt wie gewichtet Einfluss auf das KI-Verhalten haben. Also wie die Beziehungen zueinander sind, klar ist irgendwie, okay, hat man langfristig ökonomischen Handeln mit denen, dann verbessert das die Beziehung, das liegt irgendwie auch auf der Hand und bildet sich dann entsprechend auch ab und irgendwie Kräfteverhältnisse und so weiter spielen eine Rolle, wie man das auch aus anderen Spielen ja auch kennt. Äh, aber da gibt's noch diverse andere, äh, Faktoren scheinbar, die immer wieder einberechnet werden und, äh, auch die Beziehungen, äh, untereinander tatsächlich auch dann verändern können, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, ähm, ich weiß nicht, irgendwie, andere Kriege sind natürlich irgendwie das, was auf der Hand liegt, also gegen irgendjemand anderen den Krieg erklären kann, die Meinung eines anderen, äh, Freundinnen oder Nachbarn oder wie auch immer beeinflussen, ähm, deren Forderungen nachzukommen, äh, kann das beeinflussen, ähm, aber auch irgendwie in deren Nähe zum Beispiel Städte zu gründen, da gibt's Indizien dafür, äh, dass das auch deren Meinung irgendwie beeinflusst und so und also es ist eine Vielzahl von Dingen, die diese eine Mechanik, also es ist ja nur ein Aspekt dieses Spiels irgendwie beeinflussen, äh, können und eben nicht immer der vollen Kontrolle und Einsicht des Spielers unterliegen, was ein sehr spannender Aspekt ist, wie ich finde. Ja, das, das finde ich immer wieder interessant bei dem Spiel, dass du halt wirklich viel mehr durch den Zufall bestimmt hast und eigentlich gar nicht weißt, wie es sieht, wie es aussieht. Ich finde das bei, ähm, Civilization zum Beispiel immer sehr interessant, dass du wirklich, äh, auf einem Reiter ein Gold mehr drückst und du sofort siehst, was der andere reagiert oder wie der andere reagieren würde, was vielleicht im Spiel cool ist, aber irgendwie auch ein bisschen unrealistisch. Ich meine, du hast halt nur mal gerade, ich meine, heute mit einer, im Zeitalter der Computer mag das sein, aber früher, wenn ich mir überlege, dass da die Leute irgendwie, äh, wochen, monatelang mit dem Pferd unterwegs waren und den Brief dahin zu bringen und zu gucken, wie die Antwort aussieht, finde ich es dann auch zum Teil ein bisschen unrealistisch und, ähm, da finde ich halt die Mechanik wirklich, wirklich toll, dass man eigentlich sich überlegen müsste, was könnte er denn eventuell antworten und, ähm, so muss ich dann halt auch wirklich, so wie es damals war, ähm, erst mal eine, 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 überhaupt mal eine Angebot machen, bevor er, bevor ich weiß, was irgendwie passiert. Vielleicht habe ich auch gar kein Glück und das zieht sich halt so ein bisschen durch das ganze Spiel durch und das finde ich eine sehr interessante Mechanik. Gerade, dass man diesen ganzen Zufall, so wie es ja zu der Zeit auch war, ähm, auch sehr tief in die ganze Spielmechanik mit eingebaut hat. Ja, und interessanterweise knüpfen wir damit ja sozusagen jetzt auch wieder an die, an die letzte Podcast-Folge an, ne, mit, mit Empires, äh, wo das ja auch so das dominante Thema war. Also diese Mechaniken, die zwar, wenn man sich da irgendwie sehr reinliest, äh, und das Spiel irgendwie analysiert, dann schon auf bestimmte Formeln sich runterbrechen lassen, die aber für den Spieler erstmal auf den ersten Blick, äh, eigentlich nicht so richtig zugänglich sind, ähm, und die tatsächlich da ja auch dann langfristig sogar das Spielgeschehen, ja, beeinflussen, über hunderte von Runden irgendwie noch Effekte haben können und so weiter. Ähm, ja, und ich glaube, wir hatten beim letzten Mal auch sozusagen die, den Wunsch in den Raum gestellt, dass es vielleicht ein paar mehr solcher Ansätze geben möge, ähm, sozusagen Spiele, äh, auf den Markt zu bringen, die sich zu einem gewissen Grad zumindest der, der Kontrolle des Spielers entziehen. Definitiv. Dem kann ich mich auch nur anschließen und, äh, finde das deswegen auch so ein schönes Beispiel, weil, weil es eben genau an die letzte Folge von, und von Feet of Glory auch anknüpft und an was wir besprochen hatten, ne, dass du, das können wir ja schön eigentlich alles, was ihr gesagt habt, nochmal zusammenfassen. Also die, diese Mechanik gerade mit dem Diplomatie-Bereich finde ich, äh, auch deswegen so beeindruckend, weil sie wirklich den Spieler so ein bisschen dazu auch treibt, fast schon Rollen zu spielen, also sich zu überlegen, wenn ich jetzt Person X bin und ich hab den Hintergrund, wie es bei mir jetzt aussieht, das weiß ich so ungefähr, wie es beim Nachbarn aussieht, mit dem ich jetzt interagieren will, weiß ich nur so grob, es gibt ein paar Informationen, ich hab vielleicht eine Aufklärungseinheit da stehen oder hab bestimmte Informationen, die mir das Spiel auch dann gibt, ähm, so wie historisch dann auch vielleicht bestimmte Informationen einfach bekannt sind oder aus den letzten Jahren noch bekannt sind, aber vieles ist unbekannt und dann, wie ihr schon sagt, da muss ich eben einen Vorschlag machen, da muss ich mir überlegen, könnte das für ihn interessant sein, was ist denn das überhaupt für ein Mann oder für eine Frau oder wie auch immer, was ist das für ein Typ? Ähm, und was ja, ich glaube, was jetzt in Imperiums nicht reinspielt, das wäre natürlich dann auch noch mal noch mal oben drauf, wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass dann irgendwie Herrscherfiguren, ähm, vielleicht auch gar nicht lange an der Macht sind, vielleicht werden die überworfen oder sterben, natürlich oder wie auch immer und dann ist der Bote noch auf dem Weg und kommt da an und dann sitzt da auf einmal ein Neuer und und auf einmal ist alles wieder hinfällig und er sagt, nee, 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 Moment, Moment, geh nochmal zurück und alles nochmal auf anfangen, wir müssen jetzt nochmal ganz neu verhandeln oder sowas, also, ne, solche Sachen werden ja halt auch noch vorstellbar, aber gut, das geht dann schon sehr weit ins Detail, aber ich finde, das ist einfach schön, ähm, weil es ist ja auch ein Gegenentwurf zu dem, was ihr auch angesprochen habt, zu diesen vielen Strategiespielen, in denen sich ja schon eine Kultur etabliert hat, das Min-Maxing, sage ich jetzt mal, und das geben die Spiele ja häufig dann auch eben her, wie ihr beschrieben habt, ne, also ich kann, äh, in Civilization genau sehen, wenn ich jetzt das mache, dann braucht er dafür sechs Gold, also gebe ich ihm sechs Gold und dann ist er zufrieden und dann macht er das, was ich von ihm will und, äh, in Paradox-Spielen sehe ich das ganz häufig, ich finde das nach wie vor faszinierend, das habe ich, glaube ich, auch schon in der ersten Ausgabe zu den Innovationen, ähm, beschrieben, dass man im Paradox-Spielen die ganze Zeit wie ein kleiner Computer, unser Gehirn ist ja ein kleiner Computer, aber versucht durchzurechnen, Faktor 1, Faktor 2, Faktor 3, es gibt Formeln, die hat man so im Hinterkopf, die sind ja nicht irgendwie vom Auge, aber dann denkt man sich so, ja, hier, ich habe folgende Währung, die tickt jetzt so und so hoch, monatsweise, also in fünf Monaten habe ich das und dann kann ich mir das leisten und dann kann ich wiederum das mit dem verknüpfen und dann läuft das so und so und so und dann kann man sich so richtige Masterpläne fast schon zurechtlegen, ähm, weil man die Informationen auch alle dazu hat und weil man diese große Allmacht auf sich vereint, das macht ja auch irgendwo dann den Reiz des Spiels aus, mit dieser großen Allmacht quasi, ähm, diese, diese doch sehr offene Spielwelt selbst mitzugestalten, was ja auch total in Ordnung ist, ähm, aber ich stelle schon fest, dass der überwiegende Teil der Strategiespiele eher in diese Richtung tendiert, alles transparent machen, alles sichtbar machen und dann, ähm, dem Spieler einfach maximale Berechenbarkeit zu geben, wo es möglich ist und man merkt dann auch teilweise bei gewissen Strategiespielen, wenn diese Berechenbarkeit irgendwie zu gering ausfällt oder nicht gegeben ist, dann führt das häufig zu richtigen, äh, zu richtigen Wutstürmen, weil man dann sich irgendwie vom Spiel verlassen fühlt oder irgendwie keine Einwirkungsmöglichkeit auf irgendwas hat, das könnte ja nicht sein, da gibt's dann häufig auch Kritik und, ähm, und das ist halt schön, dass es aber inzwischen auch wirklich gerade diese Spiele von kleinen Entwicklern gibt. Ich glaube, Imperiums und Aggressors wurden jetzt von einem und wahrscheinlich ein paar, äh, Drittleuten irgendwie entwickelt, die da was beigesteuert haben oder so, aber im Prinzip ist das ein Mann oder halt, ähm, ein ganz kleines Team von Leuten, die diese Spiele entwickeln und gerade diese kleinen Teams haben häufig so frische Ideen und teilweise coole Ansätze. Marcel hat's ja auch gesagt, die, diese Geschichte mit der KI, dass die so fähig ist, die macht wirklich Dinge, die kennt man aus anderen Spielen teilweise gar nicht, wo auch in einer Güte, wo man sich denkt, Mensch, wenn dieses Spiel soweit ist, warum sind eigentlich größere Produktionen dann noch nicht angekommen? Wir haben's ja heute besprochen, Paradox vielleicht mit seiner alten Engine zum Beispiel ist ein Erklärungsmodell, dass die da einfach noch nicht so weit sind, ähm, aus ganz anderen Gründen und so ein kleiner Entwickler, der denkt sich, ah, ich design das jetzt so smart durch und das ist jetzt mein Lieblingsprojekt, mein eines oder meine zwei Spiele, die ich jetzt entwickle in zehn Jahren und dann nimmt er sich die ganze Zeit, diese ganze Energie da rein und designt das dann von bis ins filigranste Detail halt richtig gut durch und das ist halt eine ganz andere Spielerfahrung dann. Das finde ich auch fantastisch, dass es das häufiger gibt inzwischen und dass es immer wieder diese Sterne am Himmel quasi gibt, die es wirklich besser machen und die eine ganz andere Perspektive auch in Strategiespielen ermöglichen und darüber hinaus nicht nur in diesem Genre, auch in anderen Genren sieht man, dass das sich da immer wieder mal was öffnet, abseits der größeren oder Großproduktion, ähm, das finde ich jetzt eigentlich auch einen ganz guten, ich glaube auch einen ganz guten Schlusspunkt allmählich, denke ich mal. Also es sind zwei Entwickler, glaube ich, also ich meine es sind zwei Entwickler. Kann auch sein, mir ist immer nur einer präsent. Genau, einer der zeichnet und einer der die ganze Software entwickelt, zumindest hat der, der das entwickelt, mir das so erzählt. Ja, cool. Ja, die sind ja auch relativ offen, also mit denen kann man dann auch irgendwie schreiben und sich austauschen und kommunizieren. Ja, tatsächlich, ja. Also ich habe auch gesehen, bei Steinwallen, da taucht ja, taucht einer davon ja auch immer in den Kommentaren ab und zu mal auf und sagt, ach ja, das ist übrigens so und so, ne, und das ist ja auch ganz spannend, wenn man dann vom Entwickler entfährt, ah, so funktioniert es also. Ja, genau, ja, genau. Richtig, ja. Das macht er bei mir, genau, das macht er bei mir tatsächlich auch, das ist sehr interessant. Finde ich auch irgendwie sehr nett. Das ist, ja, es ist auch, ist auch spannend, vor allen Dingen, ähm, er fragt auch sehr oft dann nach, 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 nach Bugs, also er guckt die Videos tatsächlich wegen den Bugs, um die Bugs rauszufinden und, ähm, also ich hatte schon mehrere Situationen, wo ich mich auf eine Spielmechanik verlassen habe, wo ich ihm gesagt, äh, wo ich dann auch gesagt habe, hey, das ist eine coole Spielmechanik, toll, finde ich gut und wo er mir dann sagt, oh, nein, 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 das ist ein Bug, das sollte so gar nicht sein. Ja, schön. Ja, wahrscheinlich, so ein kleines Team wird ja nicht großartige Beta-Testing-Kapazitäten haben, ne, irgendwie ihre Spielversionen großflächig zu testen, ne, dass man sagt, ich stecke da jetzt ein großes Team dran oder ich hab jetzt einen Early Access und dann spielen das tausende Leute und, und können Feedback geben oder solche, solche Sachen alle, die, die sind dann ja erstmal so in der Form jetzt bei diesem Spiel ja nicht gegeben, das, äh, macht auch absolut Sinn. Schön. Gut, liebe Leute, wenn ihr nicht noch irgendwas dazu noch nachschieben wollt oder noch irgendwie Abschlussworte noch selber finden wollt, dann würde ich sagen, dann können wir hier einen ganz guten Schlusspunkt setzen und, ja. Ich hab nichts, das war eine sehr interessante Runde. Ja. Also auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Diskussion. Ja, fand ich auch gut und, ähm, ja, schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt, ähm, an Innovationen, ob's jetzt in Strategie-Spielen ist oder vielleicht gibt's ja auch mal ein paar innovative Simulationen oder sowas, wäre ich auch mal dafür. Ach, es gibt so viele schöne Genres, die mal ein bisschen frischen Wind vertragen könnten. Ähm, ja. Aber ich denke, da, da werden wir immer wieder mal vielleicht uns in, in der Runde noch mal zu einer dritten Ausgabe zusammensetzen, irgendwann mal schauen. Ähm, da sind ja viele Möglichkeiten denkbar, äh, Spiele erscheinen inzwischen, das muss ich auch dazu sagen, auch im Strategie-Spielbereich fast schon wie Sand am Meer. Also man, mir geht's so, ich weiß nicht, wie es euch geht als Content-Creator oder als Leuten, die das jetzt, äh, ja auch alle nicht hauptberuflich machen wir das ja alle drei nicht, ähm, die das so verfolgen, so gut es geht und dann sagen, ja, ach, guck mal, und jetzt kommt ja das noch raus. Oh, da hab ich ja keine Zeit für. Schade. Ja, genau. Nächstes Spiel. Und dann irgendwann ist der Backlog so groß, dass man sich denkt, ach, schade, da hab ich noch nicht reingeguckt und das ist jetzt auch noch, das kommt in ein paar Tagen raus. Oh, ach, im Februar kommt übrigens hier Field of Glory 2 Medieval raus. Oh, ob ich das wohl, hm, weiß ich auch noch nicht. So geht's mir momentan ganz häufig, wo ich so denke, einerseits ist das, ist das auch irgendwie ein schönes Luxusproblem, weil, dass man quasi zu viel Auswahl hat, ist ja eigentlich eher was, was, äh, Gutes im Vergleich zu, es würde ganz wenig geben und man müsste, wie früher, ein Spiel vielleicht sechs Jahre lang spielen oder ich sehe das jetzt mal fiktive Werte, lange Zeit, weil es noch kein Internet gab und dann hatte man nur bestimmte Versionen, also CD-Versionen, Box-Versionen und dann wurde vielleicht mal was geschenkt in der Jugend- oder Kinderzeit oder so und ansonsten hat man gar nicht so groß. Ja, genau. Ich kann mich noch dran entsinnen, vor dem Internet etc., das war alles, da musste man dann schon in die Spiele auch wirklich tief reintauchen, finde ich auch ganz spannend irgendwie. Da hatte man gar keine andere Wahl, weil wenn man nur ein paar Spiele so hatte in dem Bereich, also ich habe zum Beispiel Strategiespieltechnisch, ich habe mich, glaube ich, totgespielt an Steel Panthers, hieß das, glaube ich. Ist auch so ein, so ein Hex-basiertes, äh, rundenbasiertes Spiel aus der komplett von genau oben drauf guckenden 2D-Vogelperspektive. Also ganz simpel, aber mit einer super Tiefe und da habe ich wirklich, wahrscheinlich, wenn ich das heute mit Steam rechnen würde, bestimmt auch tausende Stunden rein investiert. Es war einfach so Zweite Weltkrieg und alle möglichen Fronten und Kampagnen, man konnte alles spielen und irgendwie faszinierend, spannend, so ein bisschen wie Panzerkorps, nur halt etwas anders aufgebaut nochmal. Ja, woran man sich dann so erinnert, wenn man alt wird. Bei mir war das so mit Ziff. Es gab früher Ziff und viel mehr dann irgendwie auch nicht und das waren dann ein, zwei Spiele, die hat man dann halt von oben bis unten durchgespielt. Genau. War bei mir auch so, ich habe Ziff 3 war das Erste, was ich richtig gesuchtet habe und dann kam irgendwie mal gelegentlich Siedler 3, glaube ich, noch dazu. Blitzkrieg, der erste Teil dann noch. Das war es, glaube ich, schon. Dann ging es irgendwie mit Warcraft und so weiter dann auf die nächste Stufe. Ja, interessant. Ich kann mich auch daran erinnern, bei Civilization habe ich den zweiten Teil ganz ausgiebig gespielt. Das war auch ohne große Vorkenntnisse im Englischbereich, in der englischen Spiel spielen. Was sind denn das? Pikmin? Haben die was mit Schweinen zu tun? Nein, das waren die Pikmin natürlich, aber in dem Moment so, ja, sind Pikmin, keine Ahnung, irgendwelche Typen mit so einem langen Speer interessant. Und so hat man sich da durchgewurschtelt und ich kann mich noch daran erinnern, da gab es ja diese Thronsequenzen in Ziff 2, wo man dann feststellen konnte, wie weit man entwickelt war. Mit dem Thron am Anfang in der Steinzeit war da irgendwie Fell ausgelegt, es war alles ganz archaisch und im Laufe der Zeit in der klassischen Antike, wenn man irgendwas hatte, wurde es marmoren und steinern und es entwickelte sich dann weiter. Und ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Also ich habe gesehen, es verändert sich was, aber ich wusste gar nicht, warum, weil das Spiel das auch nicht so richtig gut rückgemeldet hat. Und es ist davon ausgegangen, dass man weiß, wie wahrscheinlich der erste Teil funktioniert und das jetzt im zweiten noch ein bisschen ausstaffiert. Und ich habe mir halt gedacht, oh cool, jetzt auf einmal sieht das anders aus. Und ich weiß nicht genau, warum mir diese Animation jetzt abgespielt wird, aber es sieht schön aus. Als kleiner Bub war man dann schon irgendwie zufrieden. Ganz lustige Geschichten, ey. Naja. Okay, ja, dann lasst uns mal mit diesen schönen nostalgischen Erinnerungen das Ende einläuten. Bedanke mich auch bei euch, dass ihr so fleißig mitdiskutiert habt. War sehr entspannt, eine schöne Runde. Und das können wir gerne mal an anderer Stelle wiederholen. Dann würde ich sagen, für alle, die auf YouTube zugeschaut haben, macht's gut. Und für die Stream-Zuschauer, da mache ich gleich nochmal separat Ende. Also macht's gut. Tschüss.